Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 195, lieber Defner, und man muss ja sagen, die Zeiten des leichten Anlegens sind vorbei. Jetzt müssen wir nicht nur auf Zinsen und Inflation achten, jetzt muss man auch nach Truppenbewegung sich angucken, um nicht an der Börse falsch zu legen. Oder einfach ruhige Hand bewahren. Das ist wahrscheinlich besser. Ich habe mal geguckt, diese ganze Ukraine-Krise, Russland, was auch immer, hat den MSCI World 2% nach unten geschickt, jetzt wieder 3% nach oben. Und da sind 2,5 Billionen Dollar an Börsenwert erst vernichtet worden. Und dann wieder dazu ist es so ein bisschen wie so eine Friedensdividende, die man mit einem mal rauspreist, wieder reinpreist. Ich weiß auch nicht, es ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe schon gehört von Hedgefonds, die die Videos mit Truppenbewegung auswerten, weil man damit wirklich ziemlich viel Geld machen kann. Aber es zeigt sich vor allem wieder die alte Börsenweisheit. Politische Börsen haben kurze Beine. Diesmal sind sie ganz besonders kurz. Und auf der anderen Seite gibt es ja immer die Weisheit, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Manchmal muss man auch schon kaufen, bevor die Kanonen donnern. Wenn die Kriegsangst am größten ist, das war übrigens damals 2003, dann im Allzeittief beim DAX in diesem Jahrtausend zumindest. War es ja kurz vor dem Irakkrieg, dass dann tatsächlich der DAX sein Tief hatte. Und dann als der Krieg tatsächlich begonnen hatte, vor dem alle so Angst hatten, sind die Börsen ja auch dann schon gestiegen. Also es ist aber vor allem unklug, in solchen Situationen irgendwie aus Angst und Panik sich anstecken zu lassen und dann seine Aktien, die man eigentlich längerfristig halten wollte, auf den Markt zu werfen. Das brächt sich früher oder später. Diesmal relativ schnell. Wir wollen hoffen. Es kann sich natürlich auch wieder die Situation ganz schnell wenden, das Blatt. Im Augenblick sieht es nach Entspannung im Ukraine-Konflikt aus. Ja, die Duma will jetzt ja irgendwie darüber abstimmen, ob vielleicht einzelne ukrainische Provinzen dann anerkannt werden und dann hat man ja wieder das Kriegsszenario. Also ich wäre mir nicht so sicher, ob das jetzt schon ganz ausgestanden ist, aber darauf jetzt zu handeln und daraufhin jetzt seine Aktien zu verkaufen, halte ich für auch nicht so klug. Dieses große Szenario, das die CIA da letzte Woche am Freitag verkündet hat und plötzlich dann eben die Wall Street zum Einsturz gebracht hat und dann infolgedessen auch den DAX an diesem Montag, war ja am Mittwoch, da ist der Angriffstag. Da marschiert Russland in der Ukraine ein, der 16. Februar ist sozusagen der D-Day und da musste man schon Zweifel anmelden, wenn die so konkret Vorhersagen machen, ob das tatsächlich so kommen würde, ob das wirklich eine Prognose ist oder ob da nicht politisches Kalkül dahinter steckt. Wir wissen, die Geheimdienste in den USA, die werden auch manchmal politisch missbraucht, eben damals zum Beispiel auch im Irakkrieg 2003, da hat man ja dann mit irgendwelchen angeblichen Hinweisen des Geheimdienstes auf Giftgafswaffen dann den Angriff auf Saddam Hussein begründet und dergleichen. Colin Powell damals vor dem UN-Weltsicherheitsrat, das war keine Sternstunde der amerikanischen Demokratie. Aber der ukrainische Präsident, das war jetzt auch keine Sternstunde, der hätte dann irgendwie gesagt, ja, am Mittwoch wird angegriffen und dann sagt er, hey, war nur ein Scherz. Ich meine, das ist sowieso ein Komiker, der da an der Spitze steht. Er ist ja ein Komiker. Er ist ein Komiker, ja, aber ganz ehrlich, in so einem Fall, er wird ja selbst im Champions, er macht ja auch immer sehr viele schlechte Witze, aber bei sowas einen schlechten Witz, nur um das Volk ein bisschen aufzurütteln, ach, das ist komische Sache. Also, naja, also Ukraine ist sowieso ein komisches Land, ich weiß, irgendwie ist das, ich finde das ein komisches Land, ich verstehe es nicht. Also, es wäre der erste Angriffskrieg in Europa seit 1939, wenn die Russen da wirklich reingingen, das muss man auch mal sagen, um mal die deutlich, um mal zu zeigen, was da auf dem Spiel steht. Und Deutschland wäre sicherlich einer der größten Verlierer in Europa, wenn das passieren würde, weil wir ja unsere hauptsächliche Energie aus Russland beziehen. Ich möchte nicht wissen, was dann mit dem Gaspreis tatsächlich passiert. Im Vorfeld ist er an diesem Montag ja nochmal um 30 Prozent hochgeschossen teilweise. Und das würde natürlich dann auch die Inflation, die auch nochmal Thema bei uns ist heute, auch nochmal zusätzlich anheizen. Und das war ja dann diese große Angst, weshalb die Börsen auch so empfindlich reagiert haben, was man gesagt hat, okay, dieser Teufelskreislauf aus Inflation, steigenden Zinsen und dann wieder fallenden Kursen, der würde dadurch nochmal beschleunigt und befeuert werden. Und das wäre natürlich schon in Gefahr gewesen. Das ist noch etwas viel Schwieriges, was ich glaube, weil bei den letzten Krisen hat man ja gelernt, immer wenn es eine Krise gibt, geopolitisch, was auch immer, kommen die Notenbanken. Und die holen einen, retten einen raus und wir haben das immer wieder gelernt. By the dip ist ja das schöne Learning. Und jetzt in der Krise, wenn dann auch noch die Inflation zusätzlich angeheizt wird, da funktioniert das halt nicht mehr. Und deswegen waren Märkte auch in den letzten Jahren immer so immun gegen jeden Schock, weil das einfach mit Liquidität zugeschüttet wurde. Aber bei Kriegen haben nicht unbedingt die Notenbanken immer reagiert. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass die unbedingt auf den Irakkrieg oder dergleichen. Nee, das ist seit 2008 haben wir das gelernt. Seit 2008 haben wir gelernt, alles wird kippt. Aber keine Kriege und geopolitischen Konflikte und so weiter. Ja, aber wir haben mit China Riesenkonflikte gehabt. Wir haben den ganzen Handelskonflikt gehabt. Wir hatten die Deglobalisierung, all diese Sachen. Und dann haben wir alles relativ locker weggesteckt und haben immer wieder gekauft. Haben gelernt, kaufen ist gut. Und was wir auch gelernt haben, dann ging ja die Volatilität insgesamt runter. Und wenn ja die Volatilität runtergeht, dann können wir noch mehr Risiken eingehen. Das wäre ja so ein Teufelskreis. Ich würde ja immer noch mich dagegen wehren, ich würde ja nicht buy the dip machen derzeit. Ich denke ja, da ist wirklich, was die Inflation anbetrifft, da muss jetzt die Notenbank wirklich reagieren, damit die Erwartung nicht weggeht. Wir wollten ja über die Inflation gleich noch reden, aber ich wollte nochmal bei den politischen Krisen. Also da finde ich schon, buy the dip kann man da jetzt aus diesem geopolitischen Risiko heraus, finde ich, machen. Und ich habe auch gleich noch ein Beispiel, wo ich es gemacht habe. Das ist aber eine Einzelaktie. Hängt aber auch natürlich mit dem, wenn man momentan als Einzelaktie mit schlechten Nachrichten kommt, in diesem volatilen, nervösen Umfeld, wird man doppelt abgestraft. Aber wie gesagt, bei kaufen, wenn die Kanonen donnern, finde ich schon immer wieder auch eine Möglichkeit, weil sich immer wieder zeigt, dass man, dass eben diese politischen Börsen kurze Beine haben, man sich schnell von solchen politischen Einbrüchen erholt. Wenn jetzt da nicht wirklich, weil das jetzt wirklich eine ganz große Konjunkturkrise auslöst. Ich glaube, selbst wenn Russland einmarschieren würde in der Ukraine, wäre das für Deutschland die Energieversorgung und dergleichen. Aber es würde die Weltkonjunktur jetzt nicht aus den Angeln werfen. Das muss man sich jetzt, glaube ich, auch mal ganz realistisch sein. Dazu ist Russland ein zu kleiner Spieler auf der Welt. Der größte Gasversorger weltweit, der zweitgrößte Ölproduzent weltweit. Also für die wäre das nicht schlimm, die könnten ja den ganzen Kram nach China verkaufen. Das wäre für die kein Problem. Für Deutschland wäre es problematisch. Natürlich Gas, aber wir gehen jetzt in den Sommer rein. Die Industrie braucht auch schon noch ein bisschen Energie. Es gab ja Studien von der Commerzbank, die haben gesagt, wir könnten das machen. Aber die Menschen müssen sich die Pullover anziehen und die Unternehmen könnten nur noch drei Tage die Woche produzieren. Und für ein produzierendes Land wie Deutschland wäre ich mir nicht so sicher, ob das nicht doch eine gewisse Rezessionsgefahr mit sich brächte. Für Deutschland wäre es sicherlich eine Gefahr. Aber ich würde mal sagen, für die Weltwirtschaft weniger. Gerade für die amerikanischen Börsen und so weiter. Und wenn man dann breit angelegt weltweit investiert, glaube ich, ist da eben diese Gefahr nicht so groß. Und ich habe jetzt noch gelesen, dass Ned Davis Research hat jetzt mal die in den vergangenen 26 politischen und geopolitischen Krisensituationen der vergangenen 60 Jahre ausgewertet. Und da hat sich gezeigt, dass beim Dow Jones schon nach vier Wochen die Reaktion sich in Grenzen gehalten hat. Nach vier Wochen hat der Dow Jones dann im Schnitt nur noch vier Prozent unter dem Wert des Tages vor dem Ausbruch der Krise gelegen. Und dann war es sechs Monate später so, dass der Dow Jones schon wieder im Schnitt 2,3 Prozent im Plus war über den Stand am Vortag der Krise. Und das zeigt eben, wie schnell man sich von solchen geopolitischen Krisen dann erholt. Aber natürlich nur im Schnitt. Es gibt natürlich immer Einzelfälle, wo es anders aussieht. Du hast natürlich, es gab auch die Kuba-Krise, da ging es auch relativ, da war ja die Welt am Rande eines Atomkriegs, haben die Berg da auch ganz lässig weggesteckt. Das stimmt. Aber ich glaube, wir sind ja nicht an der, dieses Geopolitische kamen nur zu diesem toxischen Mix dazu. Wir sind gerade an so einer Stufe, wo man sich fragen muss, sind die Notenbanken, fallen die als letzter Versicherer weg? Und meine Argumentation war ja immer, ich war ja immer bärvoll investiert und war ja auch alles auf Aktien und so weiter, weil ich mir immer das Narrativ hatte und das immer mir bis zuletzt geglaubt habe, dass die Notenbanken im Zweifelsfalle mich raus waren. Wir erinnern uns, 2018, 2019, die Konjunktur in Amerika stand super da, alles war toll, aber die Märkte brachen ein. Und dann kam der Herr Paul und hat gesagt, ah, da müssen wir doch und hat einen kompletten Pivot hingelegt. Und seitdem ist dieses Narrativ, dass die Märkte immer rausgehauen werden, das ist seitdem richtig stark da. Und solange das noch vorhanden ist, kann man liquiditätsgetrieben irgendwie agieren. Aber wenn das wirklich jetzt weggehen sollte und ich habe da meine Zweifel, ob die FED wirklich bis zum Äußersten geht und man wird immer sehen, ab welchem Minusstand beim S&P wird sie dann vielleicht doch ihre Zinserhöhung nicht weiter durchführen. Ich habe dieses Narrativ nie geglaubt und nie vertreten und ich finde auch, auf eine vier Jahre zurückliegenden Entscheidung kann man kein Narrativ aufbauen. Doch, das Narrativ war immer da. Das Narrativ war immer da. Den Greenspan-Bud gab es auch schon früher. Den gab es da, ging es los mit 87. Da ging es los, ja. Aber es gab immer auch Zeiten, wo die Notenbanken die Zinsen angehoben haben in diesen letzten 20 Jahren. Aber nicht gegen die Märkte, lieber Dietmar. Das ist der Unterschied. Und du musst immer überlegen, Zinsanhebung, wenn eine Konjunktur läuft, Zinsanhebung, wenn die Unternehmensgewinne spudeln, super Geschichte. Zinsanhebung, wenn die Inflation hochgeht, wenn die Inflationserwartung wieder eingefangen wird, weil man wahnsinnig hinter der Kurve ist, ist kacke. Und Zinsanhebung dann, wenn die Konjunktur schon fast wieder abschwächt, das ist nicht gut. Das kann kein gutes sein. Das ist in den 70er Jahren. Du nimmst immer die Zinsanhebung, ja, da ging die Ökonomie hoch und alles wurde toll. Das ist es nicht. Guck dir die Zinsstrukturkurve an, wenn du dir die 10-Jährigen minus die 2-Jährigen Amerikaner gehst. Die sind jetzt schon bei 45 Basispunkten. Wenn die invertieren, das ist immer ein klassisches Zeichen dafür, dass es dann schwächer wird. Du beginnst den Zinszyklus bei 40 Basispunkten der 10-Jährigen minus 2-Jährigen. Das gab es noch nie. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie wahnsinnig zu spät sind und du jetzt nicht weißt, wie das Ganze ausgeht. Also ich werde ja nicht so optimistisch, weil du sagst, Zinsanhebung positiv. Nee, wenn es um Inflation geht, da werde ich ja gleich noch drüber reden, dann ist es negativ. Und deswegen, ja. Bei der Inflation sind sie spät dran und das habe ich ja auch immer gesagt. Und wir haben ja beide gesagt, diese Inflation wird kommen. Die hat jetzt auch der Spiegel entdeckt auf dem Titelblatt. Die kalte Enteignung. Die kalte Enteignung. Die Defner und Hörer. Die Defner und Schäpitz-Hörerinnen. Die wissen schon viel länger, dass das kommen wird. Und deswegen habe ich auch immer mit Zinserhöhungen gerechnet. Und am Ende des Tages, ich würde es nochmal wiederholen, wird man merken, dass auch ein Marktzins von zweieinhalb Prozent vielleicht bei den Staatsanleihen und selbst ein Zins, wenn wir dann, wie gesagt, wir haben ja mal gewettet, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA nächstes Jahr bis auf zwei Prozent gehen könnte, bleibe ich dabei und fühle mich mehr bestätigt. Manche glauben ja schon, in diesem Jahr gibt es sieben Zinsschritte. Goldman Sachs hat das jetzt gesagt. Ja, dann wären wir ja schon sehr in diese Richtung unterwegs. Und manche glauben auch an einen großen Zinsschritt im März bereits um 50 Basispunkte. Also es geht schon in diese Richtung deutlich über ein Prozent sicherlich. Und dann wird man merken, bei aktuell siebeneinhalb Prozent Inflation in den USA sind zwei Prozent Zinsen einfach immer noch ein negativer Realzins. Das ist folgendes, die FED hat in den letzten Jahren Monat für Monat 120 Milliarden Dollar in den Markt gedrückt. Und jetzt geht es darum, nicht nur, dass die 120 wegkommen, sondern es geht um Quantitative Tightening. Es geht darum, dass diese Bilanzsumme abgeschmolzen wird. Und wenn du immer weißt, Monat für Monat gibt es einen Käufer, der bringt mir 120 Milliarden an den Markt. Und der kauft jetzt zwar Staatsanleihen und auch Hypothekenpapiere, aber dieses Geld, was dahin geht, kommt irgendwie früher oder später, trickle down, in den Markt rein. Und das ist weg und jetzt geht sogar jemand und nimmt es mir sogar noch weg. Das ist was völlig anderes als einfach nur eine Zinsanhebung. Du wirst feststellen, das ist, bisher war das so, ach, das kostet so viel, dann kostet es auch so viel. Das war, wir hatten überhaupt keine Idee mehr, Idee mehr, was ein absoluter wäre. Wir haben alles relativ gesehen. Da gibt es diese wunderschöne Geschichte, die Moja mit Erin letztens erzählt hat. Kommt ein Mann nach Hause zu seiner Familie und sagt, hey, weißt du was, ich habe einen Hund gekauft für 40.000. Ich gucke die Familie an, what, was hast du gemacht für 40.000? War ein super Schnapper, weil die Katze daneben kostete 50.000. War wahrscheinlich ein NFT-Hund, ein NFT-Hund. Und jetzt stellen wir fest, und jetzt stellen wir auf einmal fest, dass dieser Hund für 40.000, dieser Clever, vielleicht gar nicht 40.000 wert ist. Und das ist der Unterschied, dass wir bisher in so einem By-the-Dip und alles wurde relativ bepreist. Das ist billig und das, ach, 10-mal Umsatz, da gibt es ja was mit 30-mal Umsatz. Und diese Geschichte kommt raus und deswegen kann ich mir das nicht so lässig vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann noch ein bisschen ruppiger wird und dass wir es schon noch ein bisschen rumpeliger haben. Aber bei diesen Werten haben wir ja einen Großteil dieses Crashes hinter uns. Das sind ja die Werte, die abgestraft wurden, um 80, 90 Prozent teilweise gefallen sind. Da wurden ja ein Großteil dieser Übertreibung rausgenommen. Und was du ansprichst hier, Fantasiewerte, die gibt es im Kryptobereich noch. Da ist noch viel Luft abzulassen. Das ist ja auch schon immer meine These gewesen. Und trotzdem, man darf ja auch nicht vergessen, die Anleihenmärkte bei steigenden Zinsen verlieren die Anleihen an Wert. Man spricht ja auch schon lange von der Big Rotation, die da kommen würde, raus aus Anleihen. Dass plötzlich die Großanleger auch merken, mir drohen Kursverluste mit meinen Anleihen. Da müssen die auch raus aus den Anleihen. Da kommt ja auch wieder Geld auf den Markt, das möglicherweise dann auch wieder in den Aktienmarkt fließt. Weil die Leute sagen, ja Moment mal, wenn ich hier drohende Kursverluste habe, dann gehe ich doch lieber in, ja sicherlich nicht in Hightech-Werte. Moment mal, wenn ich 4 Prozent Zins dann habe, dann muss ich doch in den Aktienmarkt gehen. Moment mal, hä, was? 4 Prozent Zins müsst ihr noch länger nicht haben. Aber du musst sehen, der Zins wird dann auch wieder attraktiver. Also so ein Moment mal kann man auch umgedreht dann sagen. Aber attraktiv, aber solange der Realzins, also der Zins, der Abzug der Inflation negativ ist, ist es immer noch keine attraktive Anlage. Das muss man einfach sagen. Und dann kaufe ich mir wieder lieber eine Aktie, einen Realwert. Das kann natürlich dann auch, muss nicht immer nur Hightech und Technoschrott oder was auch immer sein. und Fantasiewerte der Zukunft, sondern solide Aktien, wunderbar. Siemens hat letzte Woche vermeldet, die haben so prall gefüllte Auftragsbücher wie noch nie. Und das ist eine wunderbar solide Anlage mit Dividenden, Renditen weit über den Zinsen und so weiter und so fort. Also das sind doch, da gibt es doch viele, viele Möglichkeiten für die Börse insgesamt. Das habe ich ja gar nicht bezahlt. Aber nur in Amerika beispielsweise ist der S&P immer noch bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 oder 21. Und im Historischen Schnitt haben wir 16. Jetzt haben wir so eine toxische Veranstaltung, wo irgendwie jemand Liquidität wegnimmt, wo irgendwie die Welt umschaltet. Da kann ich doch nicht mehr so eine Überraschung. Ich habe jetzt am Anfang des Jahres auch gesagt, dass ich glaube, dass der DAX den S&P outperformt. Dabei bleibe ich. Und ich glaube, da wird es auch Anpassungen geben, dass Amerika ein bisschen runtergeht. Aber Amerika ist traditionell immer höher bepreist, weil es einfach auch als freieste Marktwirtschaft einfach auch viel mehr Möglichkeiten hat. Und einen großen Markt und so weiter und sehr viele Vorteile, die eben andere Märkte nicht bieten. Aber das wird sich auch ein bisschen anpassen. Und die Börsen insgesamt und gerade, wenn man breit angelegt, diversifiziert weltweit ist, dann mache ich mir da einfach keine Sorgen. Und dann würde ich, dann sicherlich ist man tech-abhängig in den großen ETFs auch, weil die Big Tech da sehr stark gewichtet ist. Da kann vielleicht auch noch ein bisschen Luft rausgelassen werden. Aber das sind keine Blasen, wo man jetzt Panik haben muss, dass sich das Jahr 2000 wiederholt. Nur im Kryptobereich, wie gesagt. Das wäre meine Ausnahme. Im Kryptobereich. Ich erkenne nur eins. Erkenne nur eine Sache. Nein, nein, nein. Krypto, 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 sehr schön. Nein, aber Breiten, ich würde jetzt auch nicht meine Sparpläne auflösen oder würde auch nicht meinen MSCI wählen. Aber ich finde halt dieses reflexartige, immer wieder nachkaufen, jetzt gibt es ja wieder andere Unternehmen, weißt du nicht, Upstart oder wie sie alle heißen, so kleine Tech-Booten, wo du echt nicht weißt, die immer noch teuer sind. Schwierige Angelegenheiten. Aber das gab es zu allen Zeiten. Aber dieses By the Dip ist immer noch in den Leuten drin. Und da kann ich nur sagen, Freunde, dieses By the Dip, nehmt es einfach weg, überlegt euch, was ihr haben wollt und macht vielleicht mal ein Schnäppchen. Nicht immer, aber ich bin ein bekennender Schnäppchenjäger und zwar im Leben, ich gehe regelmäßig zu Lidl und Aldi, aber ich freue mich, also richtig freue ich mich, wenn es Sale gibt. Ich war neulich dann auch wieder bei Galeria und dann kommt da einfach Markenware auf den Wühltisch und plötzlich 50% runter und dann gibt es so Sondereinkaufstage und du kriegst jetzt auf die Saleartikel nochmal. Mal 20% oder was auch immer und da lacht mein Schnäppchenjägerherz. Und dann hat man die Chance, ja Qualität auch zu günstigen Preisen zu kaufen. Natürlich ist nicht jeder Ramsch, der im 1-Euro-Shop billig angeboten wird, ist dann auch ein wertvolles Schnäppchen. Und früher im Winterschlussverkauf wurde extra Billigware für den Winterschluss für den Ramsch-Tisch produziert. Da muss man halt unterscheiden, nicht alles was billig ist, ist eben trotzdem sein Geld wert, aber in einem Sale hat man wunderbare Chancen, wunderbare Chancen günstige Markenqualität und günstige Qualität zu schießen, was man vielleicht schon immer haben wollte und einem zu teuer war. Und wie gesagt, ich habe ein Beispiel dabei, was wir mit Pip Glöckner vor zwei Wochen hier besprochen haben, da haben wir uns ja Gedanken gemacht, was könnten einfach möglicherweise Schnäppchen sein. Und wir haben da viele Tech-Aktien vorgestellt, das gleiche gibt es bei den Substanzunternehmen, die sind natürlich nicht so unter die Räder gekommen, aber jetzt im Abverkauf am Freitag oder an diesem Montag ist ja auch dann natürlich die Substanz wieder billiger geworden. Richtig, Tistenkrupp minus 8. Ja genau, weil die wieder direkt betroffen werden und so weiter und so fort. Also ich finde, mir gefallen solche Zeiten und nicht von Panik anstecken lassen und dann eher beherzt. Auch nicht von Kaufpanik anstecken lassen. Auch nicht, aber da ist keine Kaufpanik, an diesem Montag war keine Kaufpanik, das ist Panik, alle wollen raus, weil der Mittwoch ist Krieg. Ja, und da müssen einfach, die wenigsten sind da mutig und greifen dann zu. Den meisten muss man sagen, Leute, bleibt cool, nicht auf den Verkaufsknopf drücken und selbst wenn dieser, ein Krieg kommt in der Ukraine, auch das wird die Welt überleben. Also jetzt einfach mal die Füße ruhig halten, würde ich sagen und nicht jedem Scheiß gleich wieder kuffen, 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 kuffen. So einfach sagen, das was ich gemacht habe, nein, das würde ich auch nicht sagen, das was ich habe, das habe ich, ich muss mein Portfolio angucken, ist es sauber diversifiziert, kann ich so auch durch diese schwierige Zeit kommen und die Zeit ist schwieriger und es ist anspruchsvoll. Es ist nicht mehr so wie, ach jo, alles geht nach oben und egal was man hat, da geht es halt ein bisschen weniger nach oben, wenn man schlecht gepickt hat, sondern jetzt ist halt wirklich die Zeit der Arten auslesen. Ja, aber wenn man Geld übrig hat, trotzdem, ja, aber trotzdem, dann lieber kaufen, wenn es günstig ist und wenn es teuer ist und dann alle sagen, es ist Eitel-Sonschein im letzten Jahr, so. Gut. Gut, Bulle und Bär. Wir haben eine Aktie auch, nee, wir haben noch eine, noch zwei Zuschriften vom letzten Mal. Eine Zuschrift, da ging es um die Frage, dein Bär der vergangenen Woche und zwar um die Frage der Pendlerpauschale. Ja, da habe ich auch viele Zuschriften bekommen. Und da hat uns Hanna geschrieben, Hanna ist selbstpolitisch aktiv, eine, ich glaube, sie ist 18 oder so, also wirklich sehr jung schon, Junge Union macht da was, im Norden aktiv und sie wollte ein kurzes Feedback uns geben und sie meinte halt, wir wären zu sehr in unserer Großstadtpolitik gefangen. Und dann hat sie von ihrer persönlichen Lebenssituation erzählt, dass ihr Lebensgefährter immer jeden Tag weit 140 Kilometer pendeln muss und es keine Möglichkeit gäbe und auch man nicht sagen könnte, dass da, wo sie wohnt, jetzt die Miete so viel billiger wäre, dass sie dafür entschädigt würde, dass sie mit dem Auto fährt. Und deswegen wäre das eher aus einer Großstadtperspektive geschildert, unsere Kritik gegen die Pendlerpauschale, als der Lebensrealität vieler Menschen, die auf dem Lande leben. Ja, also eins muss ich dazu, ich kenne ja diese Lebensrealität auf dem Lande, ich bin ja auf einem super kleinen Dorf groß geworden, da gab es gerade mal ein Wirtshaus und das gibt es heute auch nicht mehr, also zumindest nicht mehr regelmäßig im Betrieb. Und alles andere mussten wir uns dann zum Einkaufen, wir waren immer auf ein Auto angewiesen. Ich war auf, ja, bin auch dann später mit dem Auto zur Schule gefahren und überall hin und Ferienarbeit und was auch immer Freunde treffen. Also das ist Auto, ich bin mit dem Auto wirklich unter Mobilität und vorher war es ein Moped groß geworden und total abhängig. Ja, und ich weiß durchaus, wie das auf dem Land ist und meine Verwandten und so weiter, die da noch leben. Trotzdem finde ich einfach, es ist halt mein Anliegen war und ich wollte hier überhaupt niemand verunglimpfen, das war überspitzt, wenn man sagt, okay, die SUV-Besitzer, die halt ihr Häuschen im Grünen da bauen und der Staat soll es finanzieren, die Fahrt zur Arbeitsstelle. Aber wenn man mal sich die, ich habe früher ja auch in München gewohnt, wenn man sich da immer morgens dann an der A9 guckt, wer da alles so reinpendelt, sieht man natürlich schon viele, die auch größere Autos fahren. Und alleine drin sitzen. Ja, und alleine drin sitzen. Der eine Punkt war eben, den ich Pendlerpauschale finde ich eben trotzdem nach wie vor sozial dann nicht gerecht, weil eben die Großverdiener natürlich dann mehr verdienen, weil sie höhere Steuersitze haben und dann eben entsprechend auch mehr absetzen können als ein Kleinverdiener. Und letztendlich geht es mir darum, dass man nicht immer nach dem Staat ruft, wenn irgendwas sich verändert in den Lebensumständen, sage ich mal. Wir reden ja in diesen Tagen viel von Freiheit, ja, auch in Sachen Pandemie und in allem drum und dran. Aber dann soll jeder natürlich unbedingt freie Entscheidungen treffen, wo er leben möchte, ob auf dem Land oder in der Stadt leben möchte. Aber sobald dann sich irgendwas ändert, wird immer nach dem Staat gerufen, ja. Das ist, ob der Milchbauer nicht mehr genug Geld kriegt für seine Milch, dann ruft er nach dem Staat. Und wenn der Pendler plötzlich an der Tanksäule mehr zahlen muss, Überraschung, dass Benzinpreise auch steigen können, dann wird sofort gerufen, ja, jetzt muss der Pendler pauschal stehen. Wie gesagt, es ist eine freie Entscheidung und durchaus sind auf dem Land die Mieten billiger als in einer Großstadt. Oder man kann zumindest dort irgendwie noch ausreichend Wohnraumgewinn bekommen, was in der Stadt wirklich, wirklich schwierig ist. Und ich glaube schon, dass es da eben unterschiedliche Preise gibt. Und das muss man halt einfach abwägen, ja. Und am Ende des Tages wird auch jemand geschrieben dann, so nach dem Motto, ja, da habe ich überhaupt keine Motivation mehr zu arbeiten, da kann ich es auch gleich bleiben lassen. Wenn ich da so nach dem Motto draufzahle durch die höheren Spritkosten. Am Ende des Tages muss man halt auch dann zu seinem Chef gehen und sagen, hey Boss, ich brauche mehr Geld, ja. Die Inflation steigt, ich habe höhere Kosten. Und wir haben einen Arbeitsmarkt, in dem das in vielen Bereichen möglich ist. Wir bei Welt, bei uns ist es irgendwie, das ist jetzt unseren Chefs noch nicht wirklich so. Vorher war der Vorstandsvorsitzende der großen Konferenz und da wurde er genau auf diese Frage angesprochen. Er meinte, er würde eine faire Lösung versuchen zu finden, aber er hat sich so ein bisschen drum herum geredet. Es gibt ja noch die Corona-Pauschale, die man bis zum März ausschütten kann, steuerfrei bis zu 1500 Euro. Und da wurde er konkret darauf angesprochen, ob man nicht über diese Corona-Pauschale... Ja, aber das ist dann eine einmalige Pauschale. Ich meine, die Inflation bleibt ja auf diesem Niveau, die Sockelinflation. Ja, 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 es geht nicht wieder runter. Es geht nicht wieder runter, das ist völlig recht. Also es ist schön, eine einmalige Prämie, nehmen wir auch. Aber letztendlich geht es darum, dass die Kosten dauerhaft steigen und dass man dann einfach sagen muss, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Da kann man sich auch so reden. Es lohnt sich für mich nicht mehr dann hier zu arbeiten oder hierher zu pendeln. Man kann sich auch einen Kinderbetreuungszuschuss machen lassen. Es ist günstig oder einen Dienstwagenzuschuss oder Dienst... Es gibt da auch so Zuschüsse, die der Arbeitgeber günstiger machen kann. Also es muss nicht unbedingt immer die 5 Euro mehr sein, sondern man kann auch versuchen, irgendwie vielleicht auch ein Dienstfahrrad oder ein Dienst hier oder das. Also man kann auch versuchen, so Nebengeschäfte zu vereinbaren. Das tut nicht so weh für den Arbeitgeber und bringt einem persönlich auch was. Oder vielleicht das Ticket für den Arbeitsweg oder was auch immer. Ja, aber das andere ist, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Energiekosten weiter steigen. Das sind sowohl die Gaspreise zum Heizen, auch nach diesem Konflikt und nach dieser Sondersituation. Und das sind auch die Spritpreise. Das ist ein Vorgeschmack. Es werden in den nächsten Jahren, wenn wir das ernst meinen mit der CO2-Reduzierung, die Preise für CO2 umgelegt werden. Und wir können nicht weiter so auf Kosten... Es muss sozial verträglich sein, du musst die Leute mitnehmen können. Du siehst es jetzt schon. Und was du jetzt schon sehen kannst, das ist ein Riesenrisiko, wollte ich eigentlich in meiner Inflationsgeschichte erzählen, erzähle ich jetzt schon mal. Es gibt Länder, wo der politische Druck der Bevölkerung so groß geworden ist, dass sie nämlich die grüne Transformation wieder abschalten und wieder ihre Kohlegruben aufmachen und alles wieder rückgängig machen. Wir müssen aufpassen, dass die Akzeptanz dabei da ist. Du kannst immer sagen, okay, ich verdiene noch genug, dass ich es mache und sage, ja, wird teurer, muss ich machen. Es gibt viele Leute, die können nicht einfach sagen, mach ich mal so. Man muss die Akzeptanz immer bei den Leuten lassen. Wenn jetzt die Inflation hochgeht und wenn du überlegst, dass du für Heizung und für Transport, also einfach nur für den Sprit und für die Energie, bezahlst du mittlerweile 10% eines Budgets und dazu noch Lebensmittel auch nochmal ungefähr 9, irgendwas, auch 10%. Du hast 20% des Budgets, wo wirklich massive Inflation da ist. Und das können sich viele nicht leisten. Und ganz ehrlich, das wird zum Politikum dann nämlich, natürlich, wenn die Leute langsam grillig werden. Und in Deutschland, das ist ein Land, was keine Inflation so richtig mag und ich kann mir schon vorstellen, dass meine Nachbarin Frau von Storchen nur den Klappstuhl aufstellt und sich zugucken kann, wenn die Inflation weiter steigt, dass sie die Wähler wieder kriegt, weil die ganzen unzufriedenen Leute wählen dann wieder irgendeinen Schwachsinn. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt ein Risiko. Und zu sagen, ja, müsst ihr alle mitmachen und so. Du musst die Leute mitnehmen. Politische Akzeptanz ist ein Riesenthema. Ja, aber dann brauchen wir sowas wie EEG-Umlage abschaffen und den Strom günstiger machen oder den Leuten irgendein Energiegeld geben. Das ist ja auch geplant, dass man sagt, okay, die Mehreinnahmen über CO2-Steuer und dergleichen, die müssen wir dann auch zurückgeben. Aber eben nicht in Form, dass man weiterhin subventioniert den Treibstoffverbrauch, sondern wir brauchen eine Lenkungswirkung und dadurch muss eben der Treibstoffausstoß teurer werden. Wir haben zu lange davon gelebt, dass wir die Natur ausbeuten und nicht fair bepreisen, dass wir hier einen Umweltsünden veranstalten und das wird sich drehen. Und anders ist der Klimawandel nicht zu managen. Da musst du den Leuten halt auf andere Weise das Geld zurückgeben und dann können sie Eigenverantwortung, das ist eine große Forderung, in Freiheit und Eigenverantwortung gucken, wie sie jetzt mit diesem Geld umgehen, ob sie sagen, okay, ich will es weiter in ein Verbrennerauto stecken. Aber der Freibetrag für jeden und nicht nur für Leute, die im Dorf leben. Ja, natürlich. Man könnte ja sagen, okay, du hast mehr, du hast ein Globalbudget. Du kriegst, keine Ahnung, 1000 Euro im Jahr mehr, kriegst du einen Scheck. Nee, muss ja nicht schecken, kannst du einfach den Freibetrag. Ja, aber Freibetrag ist ja dann schon wieder steuerlich abhängig. Ich finde es noch besser, wenn du wirklich, keine Ahnung, und jeder kriegt den gleichen Betrag. Und dann kann er sagen, okay, ich suche mir eine teure Wohnung in der Stadt, ich kaufe mir eine schwarze Bahncard oder ich kaufe mir ein günstigeres Auto oder ich bleibe bei meinem billigen alten Auto, das ist einfach nur viel Sprit verbraucht, aber ich fahre halt nicht so viel. Und so funktionieren Märkte. Und dann schafft man auch Lenkungswirkungen. Aber immer zu sagen, ja, der Sprit wird teurer, jetzt muss der Staat was machen und hier. Und das ist einfach, das passt nicht zu Eigenverantwortung und Leben in Freiheit. Handeln und Haften, das ist schön. Wunderbar, haben wir wieder das alte Thema. Gut, dann können wir eigentlich zu Bullen und Bären kommen. Oder hast du noch irgendwas anderes? Kinderlos übrigens, heute, Inflation trifft Paare mittleren Einkommens besonders. Kinderlose Paare mit mittlerem Einkommen tragen an der Studie zu folgend die höchste Inflationsberastung. Stand leider in dieser Agentur. Wahrscheinlich, weil die, ich kann dir auch sagen, warum. Weil natürlich, die machen natürlich viel so, wenn du Kinder hast, kannst du ja nicht einfach das Wochenende mal Jetsit leben in Wien, Paris, London machen, was teurer geworden ist. Du kannst ja nicht einfach fahren, wann du Bock hast, irgendwas machen. Das hedonistische Leben ist teurer geworden. Das hat man mit Kindern nicht ganz so. Das mag sein. Aber ansonsten kann ich ja sagen, das Leben mit Kindern ist auch nicht billiger geworden. Das ist wahr. Das glaube ich. Vor allem, wenn man die Abonflation... Zumal, wenn die Kinder Joghurt essen oder Milch trinken. Gottes Joghurt essen sie auch noch zum Schluss. Ja, aber wenn sie erst noch Oatly trinken würden. 18 Prozent. Ja, Raps ist auch teurer geworden. Raps kostet 18 Prozent mehr. Und obwohl die Oatly ist billiger geworden. Das ist ja schon dein Bär der Woche, oder? Das ist mein Bär der Woche. Aber da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich noch ausführlicher dazu. Auf jeden Fall. Erzähl dich von meinem... Ich habe jetzt eine Preisliste gemacht. Ich war am Wochenende einkaufen. Oh. Habe ich alles auf? Nein. Ich bin... Gut. Aber du fängst das mal an. Ich fang an, weil ich ja dann das Thema auch eröffne. Und meine Lieblings... Wollen wir das Thema vielleicht mal vorstellen schon? Oder wollen wir die Leute auf die Folter spannen? Das steht ja wahrscheinlich im Begleittext, wie der Eckart sagen würde. Okay, gut. So einen schönen Begleittext nennen. Okay. Gut, dann... Wir können ja jetzt an dieser Stelle mal teasen, ja? Bitte. Delivery Hero. From Hero to Zero? Fragezeichen, ja? And to Hero again. Das ist doch die Frage. Das ist... Das wäre meine These. Das ist doch die Frage. Das ist deine These. Ja, genau. Darüber können wir durchaus streiten. Ich würde auch nicht Zero sagen, aber Hero auch nicht. Also dann haben wir schon die... Früher oder später muss es in die eine oder andere Richtung gehen. Also... Nee. Das kann auch... Guck dir so ein MLP an. Die dümpeln bei acht. Die waren bei, weiß ich nicht, 300, sind gefallen. Oder 150, was sie waren. Sind gefallen und haben sich nie wieder erholt. Das gibt es auch. Ja, aber ich glaube, im Digitalen ist dann eher schwarz oder weiß. Entweder du gehörst zu den Gewinnern oder du wirst irgendwann vom Markt verschwinden. Meinst du? Und wenn es nur durch eine Übernahme ist. Also du wirst dich nicht hier durchmogeln können wie so ein Einzelhändler. Weißt du nicht, aber wenn du... Das ist ja wie so ein Utility. Wenn du einfach nicht schaffst, richtig Gewinne draus zu holen. Ja, aber du musst Gewinne machen. Ja, aber wenn du aber so lahme Gewinne machst, so wie so ein Einzelhändler, dann hast du so eine Aktie wie die Metro und dann geht dir auch nicht richtig was los. Ja, aber das ist der Verteilungswert, the winner takes it all im Digitalen ist einfach da viel mehr der Fall. Natürlich kannst du sagen, ich bin auf gewissen Märkten da irgendwie die Nummer eins und da moge ich mich so vorsichtig hin. Aber wir sehen ja bei... Lass uns die Diskussion nachher füllen. Machen wir klang. Ja, bevor wir erzählen. So, also ich komme erstmal zu meinem Lieblingsrubrik, Bär der Woche für Kryptowährung. Eigentlich müsste ich mal, der Bär der Woche geht quasi grundsätzlich an den Kryptobereich. Ganz egal, wo der Bitcoin steht, wo Iver steht, ob irgendwelche neuen NFTs existieren, ob es irgendwelche Community-Token, was auch immer gibt, ob du Community-Aspekte hast, sonst was. Der Defner lebt in seiner analogen Welt und er wird damit bleiben. Nein, das ist nicht so. Und alles was... Nein, das ist nicht so, ja. Na gut. Es gibt ja jetzt schon 17.500, oder? Ich gucke ab und zu mal da auf CoinMarket oder wie heißt das? CoinMarketCap? Ja, CoinMarketCap habe ich hier schon... Da gucke ich mal, wie viele Kryptowährungen es gerade so gibt, ja? Ja klar, es gibt ja auch immer mehr Anwendungen beispielsweise. Natürlich, viele Kryptowährungen... Aber es gibt keine Inflation bei Kryptowährungen. Es gibt nur jedes Monat tausend mehr. Nein, es gibt halt gewisse Kryptowährungen, die auch eine gewisse... Ja, wenn du für jede Community, die du aufmachst, die Defner-Community, du wirst es ja nicht machen wollen, egal, wir machen das bei Triple E irgendwann, verspreche ich dir. Also da gibt es dann irgendwann eine Community und dann hast du den Community-Token dafür und dann haben wir das. Und wenn es ganz viele Communities gibt, gibt es natürlich auch mehr Token, so einfach ist es. Ja, genau, es gibt viele mehr Tokens, aber keine Inflation. Nein, es geht auch nicht darum, dass der Token dafür da ist, dass du es jetzt wie Gold machst, also ein, weiß ich nicht, Defner-Japits-Token oder was auch immer ein Token, würdest du ja nicht dafür nehmen, dass du es als Wertaufbewahrungsmittel machst, sondern das würdest du damit machen, dass du bei der Weihnachtsfeier bei uns da sein kannst, dass du vielleicht mal deinen Defner-Helden mal im Studio besuchst, dass du vielleicht ein Welt-Abo dazukriegst, dass du das und jenes und irgendwas machst. Das könnte auch sein und da ging es jetzt nicht darum, dass du das als Geldersatz machst, sondern einfach darum, du gehörst dazu und das ist wie so ein Hoodie, nur im Digitalen. So, aber ich erkläre es dir irgendwann nochmal. Okay, ja. Dann mach du erstmal deinen Bär. Ich mach mal eine Bär der Woche. Also der geht an den Krypto-Bowl, der Superbowl an diesem Sonntag, ja, und da waren zum ersten Mal im großen Stil die Krypto-Anbieter als Werbende vertreten und das sind ja immer die teuersten Werbespots überhaupt auf dieser Welt, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, die beim Superbowl laufen und diesmal waren eben die Kryptofirmen stark mit dabei. Zum Beispiel FTX von Sam Bankman-Frites, keine Ahnung wie er heißt, der hat gleich auch im Rahmen der Werbespots dann Bitcoins verschenkt. Coinbase, hier deine Lieblingsfirma, war auch mit dabei. Da habe ich ja mit dem Pip jetzt auf deinen Namen gewettet, ja. Also ich gegen Coinbase natürlich. Du hast mit Chumia gewettet. Ich habe Chumia gegen Coinbase, das reinläuft. Ich guck mal kurz, wie es steht. Du kannst dabei weiterhören. Und Bitbuy war auch mit dabei, auch eine Krypto-Börse und viele andere. Und letztendlich, wie gesagt, wurde dann der Superbowl gleich mal von vielen in einen Krypto-Bowl umgetauft und es erinnert einfach an das Jahr 2000. Und damals sprach man vom Dotcom-Superbowl im Jahr 2000. Da waren es nämlich die Dotcom-Firmen, die ihr frisch an der Börse eingesammeltes Geld da in Werbespots verbrannt haben. Ein Fünftel damals waren Tech-Startups, die die Werbespots da im Superbowl gebucht haben. Und Pets.com war zum Beispiel mit dabei. Und wenig später platzte dann die erste Internetblase und viele Träume und viele Geschäftsmodelle und viele Werbende, die dort ihr Geld ausgegeben haben. Und das ist einfach eben auch so ein Kontraindikator. Wer da wirbt, geht unter. Nicht unbedingt, aber wenn viel Geld… Bald kein Pepsi mehr, dass mein Sohn hört. In einem Markt… Hätte entschuldigt. Nein, aber die Modeunternehmen, die Mode, die sind manchmal dann angezählt. Okay. Nicht immer, aber es könnte ein Kontraindikator sein, wie viele es gibt, wie es so viele gibt, meine ich. Okay. Das war es schon? Das war schon. Das war der Berge. Kurz am Meer. Kurz am Meer. Hast du Superbowl geguckt? Nee, hab ich nicht geguckt. Das ist mir einfach zu spät. Der Sohn war in Riesen-Fandys, ja, und war dann begeistert. Und der Kollege Westermeyer war ja auch da, hat uns dann auch geschrieben, wo er saß im Stadion und so. Und mein Sohn so, oh, der ist da. Und dann habe ich auch am Anfang mit geguckt. Ich kapiere die Regeln nicht. Hat er gewunken dann mal? Nee, nee, nee. Er saß so… Wink mal. Ja, genau. Er saß hinten bei den Roten. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Also jedenfalls nicht bei den LA Rams, sondern auf der anderen Seite saß er an der Kurve. Und ich fand ja die, mein Sohn fand die Show so gut. Die war ja, da war ja, die Weekend war ja viel bessere Show. Ich meine, die Weekend ist natürlich nicht so geil wie die Rapper, die da waren. Also die Rapper waren schon außerordentlich gut und haben dann gerappt. Aber da haben sie einfach nur ein Haus hingestellt und ein paar Autos und ein paar Mädels davor gestellt. Und das war alles. Die Show fand ich ein bisschen lahm. Natürlich, die Musik war ziemlich geil. Und du hast geguckt die Nacht? Ich habe Superbowl geguckt am Anfang. Der Sohn hatte geguckt bis irgendwie 3 Uhr und ich bin irgendwie um, ich hatte ja eh Podcasts, ist man ja eh nachts unterwegs. Und ich habe so ein bisschen am Anfang geguckt und wunderte mich immer, man stürzt sich einfach auf die anderen drauf. Und dann nennt man das Quarterback. Ich habe von den Regeln keiner. Also ich auch nicht. Ich habe das früher immer ab und zu mal so ein Event besucht, aber da auch nichts mitgekriegt. Aber es kommt nach Deutschland jetzt, die NFL in München irgendwann. Es gab so einen NFL-Geschäftsführer, Deutschland ist bestimmt, und der will das jetzt in Deutschland ganz groß aufziehen. Und dann gibt es ganz viele NFL-Fans. Und dann gebe ich, hat er schon für die 60.000 im Olympiastadion, hat er nicht immer nur im Bayern-München-Stadion, hat er schon, in der Allianz-Arena hat er wohl schon 250.000 Anmeldungen. Es muss richtig viele Fans hier geben von diesem komischen Sport. Also mein Sohn gehört auch dazu. Und wir haben auch so komische Bälle da zu Hause. Die J-Bits ist immer hip. Ja? Immer vorne mit dabei. Durch die Kinder habe ich das. Da habe ich ja nichts sonst. Dann gibt es auch den NFL, NFT. Ja, wunderbar. Einer mehr. Gibt es auch. Ja, ja. Aber es ist eine schöne Geschichte. Und dann guckt er so, sagt so einen Rapper an, sagt, hey, der hat ja 24 Millionen. Dann sage ich, das hat Defner und Schäf jetzt am ersten Tag. Noch nicht ganz. Ironie, meine Damen und Herren. Genau. Danke. Dann komme ich zu meinem Bär in der Woche. Wir haben ja schon über Inflation gesprochen. Ich war am Wochenende im Einzelhandel. Und man muss feststellen, die Evelation ist da schon richtig fett angekommen. Und nicht bei den Basisprodukten. Das berühmte Eckprodukt, die Milch beispielsweise. Da ist noch nichts erhöht worden. Das sind noch die alten Verträge. Aber es gibt schon so, immer wenn es so ein bisschen jenseits des Eckprodukts ist, da sieht man schon, was passieren. Wetter ist der Quark 20 Prozent teuer geworden. Der Joghurt, wenn man nicht die Standardvariante nimmt, sondern den Weideglück Bio-Joghurt. Der kostet 2,45 das Kilo. Das kostete früher 2,29 und der Standard-Joghurt kostet nur 1,69, auch Bio. Also man sieht schon, was da passiert. Butter ist 17 Prozent teuer geworden. Fleisch ist wahnsinnig teuer geworden. Mais, Weizen, die ganzen Vorprodukte. Also man sieht, da passiert richtig was. Und wenn man sich die Inflationsrate anguckt, 4,9 Prozent war das schon im Januar, was es teuer geworden ist. Und das IFO-Institut hat geschätzt, dass es wahrscheinlich bei den Lebensmitteln 7 Prozent teurer wird. Dann habe ich mir mal Energiepreise angeguckt. Strom und Gas sind auf Jahressicht 18 Prozent teuer geworden. Benzin und Kraftstoffe 25 Prozent teurer. Und auch da kann man, wenn man sich die Strompreise anguckt, wird das weiter nach oben gehen. Bauholz 59 Prozent. Gebrauchtwagen wahnsinnig viel teurer. Also es ist der größte inflationäre Schub seit langer Zeit. Und ich habe mal geguckt, wie entsteht Inflation und was ist das Problem? Und warum ist es so schwierig, dass die Notenbanken bisher noch nichts gemacht haben? Also Inflation, wenn man mal in die 70er Jahre guckt oder in andere, es gibt meistens irgendeinen Start, irgendeine Disruption. Weiß ich nicht, in den 70er Jahren war es Öl. Jetzt war es ja auch die Lieferkettenproblematik oder beziehungsweise Arbeitskräfteproblematik. Es geht meistens irgendwie los. Und da kann eigentlich eine Notenbank nichts gegen tun, weil wenn irgendwo einfach kein Öl mehr kommt, wird der teurer. Da kann die Notenbank ja Zinsen erhöhen, wie sie will. Aber dann passiert das Nächste, dann kommen wir nämlich in Stufe 2 der Inflation. Und dann geht das so in die Erwartungen rein. Dann kommen die Unternehmen und denken sich so, jetzt müssen wir mal die Preise, die wir hier, Einkaufspreise haben, müssen wir auf die Kunden umwälzen. Und dann wälzen sie die Preise um. Und dann geht es zu den Verbrauchern und dann sehen die Verbraucher auf einmal so, sagen sie sich so, oh, die Preise sind ja teurer geworden. Und jetzt ist die Frage, was machen dann die Notenbanken? Und wenn die Notenbanken dann sagen, oh, es ist nur vorübergehend, ist kein Problem, geht wieder weg und so weiter, dann verfestigt sich das halt in den Köpfen der Verbrauchern. Irgendwann sehen die halt, was passiert und gehen dann zu ihrem Chef, so wie wir sie hier eben schon empfohlen haben, und sagen, ey, weißt du, da muss aber mehr bei rauskommen. Und dann hat man halt die zweite Phase. Und das ist das, was die Notenbanken halt verpasst haben. Sie hätten machen müssen, nachdem diese erste Disruption war, hätten sie halt kommen müssen und sagen müssen, nicht so, ist vorübergehend, Frau Lagarde sagt das ja bis heute noch. Also wirklich faszinierend. Denn wenn die Leute denken, das ist wirklich, da macht jemand was gegen und die passen auf und man hat nicht das Gefühl kriegt, das lässt man gewähren und so weiter, dann gehen erst die Erwartungen und setzen sich nicht fest. Und wenn man dann irgendwann nochmal in die dritte Stufe der Inflation kommt und dann denkt, naja, die Inflation wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr und übernächstes Jahr auch noch hochgehen, dann gehe ich gleich zum Chef und sage, ich will nicht nur die Inflation für dieses Jahr haben, nämlich ungefähr, weiß ich nicht, 4%, sondern gehe ich auch noch hin und sage, nächstes Jahr wird es ja wieder und ich kann ja nicht jedes Jahr zum Chef gehen. Dann komme ich gleich und sage, ich brauche 10% mehr. Und das ist das Problem, was man bekommt, wenn man nicht von Anfang an als Notenbank zumindest kommunikativ dagegen geht. Und das haben die Notenbanken in Amerika verpasst, da sind die Lohnsteigerungen schon viel höher als in Deutschland. In Deutschland sind Lohnsteigerungen noch relativ moderat, da ist noch nichts passiert. Aber wenn jetzt die Leute in den Laden gehen, feststellen, dass alles so viel teurer geworden ist, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich richtig ärgerlich wird und dass dann die Menschen losgehen und wie auf dem Spiegel stand ja vorne die kalte Enteignung und die Geschichte war dann überschrieben, das Trauma ist zurück. Und wenn man das dann irgendwie hat und das in den Köpfen sich der Leute festsetzt, viele haben ja gar keine Inflation mehr miterlebt, dann wird das halt so selbsterfüllende Prophezeiung. Und wenn dann eine Notenbank was machen muss, dann ist es so wie in Amerika jetzt, die sagen, oh, dieses Jahr brauchen wir sieben Zinserhöhungen. Sieben? Wow! Dann muss man viel rabiater vorgehen und hat man viel mehr Kollateralschäden dabei, als wenn man gleich von Anfang an gesagt hätte im letzten Jahr, hey, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wir machen es graduell. So wie die Lagarde sagt, wir müssen es graduell machen. Mag in Europa noch funktionieren, weil da die Leute noch nicht zu ihrem Chef gegangen sind, aber spätestens, wenn die Leute zum Chef gehen und sagen, ich will mehr Geld für meinen Lohn haben, dann ist es auch in Europa angekommen und dann ist es mit graduell dagegen tun auch nicht mehr getan. Deswegen ist Inflation wirklich so ein fieses Biest, was man relativ schnell versuchen muss einzuhegen, damit es sich nicht erst in den Köpfen festsetzt und dann bei den Unternehmen zu Preiserhöhungen und bei den Verbrauchern zu Lohnforderungen sich umsetzt. Und deswegen ist Inflation mein Werderwoche. Jawohl, sehr gut. Bin ich ja voll bei dir, ja. Es gibt keinen Widerspruch? Nein, es gibt keinen Widerspruch, dass Inflation nicht gut ist, ja. Also, aber die Frage ist natürlich, klar, du hast es ja aber selber gesagt, dass die EZB im Prinzip hohe Energiepreise und unterbrochene Lieferketten... Da kannst du nichts machen. Du kannst jetzt die Zinsen auf 10 Prozent anheben und dann wird auch nicht mehr Gas durch die Pipeline aus Russland kommen im Augenblick und wird kein Frachter schneller fahren, der irgendwo im Hafen festhängt, in China oder irgendwo anders. Stimmt, aber du musst halt was tun. Du musst halt sagen, nicht, dass es vorübergehend ist, sondern du musst halt wirklich dann die Inflationserwartung auch einhegen. Vor allem solltest du das einfach mal... Ich finde, da hat jetzt dann, das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen, finde ich schon, dass jetzt die, und ich glaube auch, dass sie es tun werden, aber es sollte auch verbal mal eine andere Rhetorik angeschlagen werden. Gerade von der EZB, die Amerikaner machen es vor. Und die EZB hat ja beim letzten Mal jetzt auch zum ersten Mal formuliert, dass sie sich Sorgen machen um die hohe Inflation. und ich glaube, das wäre besser, wenn man jetzt mal sagt, wir haben das, anstatt es immer runterzureden, das ist einfach unglaubwürdig. Und das ist ein Problem dann für eine Notenbank, wenn sie sich unglaubwürdig macht, und lieber zu sagen, weil wie gesagt, wir zwei relative Laien, okay, du hast, haben wir auch schon vor einem Jahr... Im Januar 2021 haben wir davor gemacht. Also als eigenes Thema haben wir es gemacht. Das ist ein eigenes Thema. Da waren wir beide auf einer Seite. Ja, wenn wir beide uns einig sind, dann ist es meistens... Das sind wir bei Sparplänen und das waren wir bei der Inflation. Und bei der Wirecard-Aktie. Ja, waren wir auch. Das hast du schon immer gesagt. Nein, aber ich meine, es war irgendwie schon irgendwie, wenn man so ein bisschen mit wachen Augen durch die Welt geht, kann man sehen und auch dann zusammen addieren, was dann daraus wird. Auch wenn man diese Einzelheiten mit diesen unterbrochenen Lieferketten und vielleicht nicht im Detail dann so gesehen hat, aber dass, wenn einfach was wieder anzieht, eine Weltkonjunktur und dann die Nachfrage wieder steigt und aus einer Krise heraus, dass es da gewisse Verwerfungen gibt. Aber ich finde, deswegen ist es wichtig für die Notenbanken, das zu adressieren und auch zu reagieren. Und ich glaube, sie werden es auch tun. Die IZB wird im März, werden sie ihre Prognosen anpassen müssen. Sie werden dann einen schnelleren Ausstieg aus den Anleihekräufen verkünden müssen und sie werden auch eine Zinswende in Aussicht bestellen, vielleicht zum Jahresende. Ich würde, wie gesagt, darauf hätten wir dieses Jahr noch eine Zinswende bekommen. Aber wir haben eine andere Wette heute. Kommt gleich zu meinem Bullen. Wir haben jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben, oder? Haben wir hier. Wo sind wir? Ja. Halbzeit. Oh, noch 44 Minuten. Halbzeit, genau. Halbzeit, Halbzeit-Pause. Halbzeit-Show. Jetzt kommt die Halbzeit-Show. Du musst jetzt mal singen. Oh, rap it out, yeah. Du musst irgendwie nehmen, yeah, yeah. Double D-Rap for me. Ja, Funk-Show. So. Also wenn wir jetzt hier nicht eine Million Abrufe haben, weiß ich auch nicht, was das ist. Das war eine Halbzeit-Show. Das war eine Halbzeit-Show. Das war unsere Halbzeit-Show. Halbzeit-Show. Halbzeit. Ganz spontan. Alter, was ist denn hier los? Spontan. Nach Minute 44. Nein, war nicht geplant. Wenn der Defner rappt. Bei uns ist hier alles nicht geplant. Check it out, yeah. Double D-Rap for me. Check. Check. So stellen sich Menschen in unserem Alter vor, wie man rappt. Wunderbar. Gefällt mir. Komm, komm zu deinem. Mein Bulli der Woche. Auch eine Branche, die, ja, ich gut finde, die Solarbranche letztendlich. Wirklich? Ist doch nicht gut. Falls es noch nicht niemand mitbekommen hat. Kam aber auch unter die Räder, also zum Beispiel ein Segment, wo ich meine, kann man auf Schnäppchen ja gehen. Es gab letzte Woche zum Beispiel dann gute Zahlen von N-Phase. Die sind ja auch ein Wechselrichterhersteller und die haben vor allem einen optimistischen Ausblick vorgelegt und das hat dazu geführt, dass diese Aktie dann den größten Tagesgewinn seit zwei Jahren verbucht hat, an der Wall Street um 27 Prozent gestiegen ist und es ist ein Wechselrichterhersteller, also ein Zulieferer für die Solarindustrie, wird ja dann quasi überall gebraucht, wo dann halt irgendwie Solarzellen dann installiert werden und die haben eben gesagt, dass sie für das lausende Quartal einen überraschenden hohen Umsatz von 420 bis 440 Millionen Dollar in Aussicht stellen und die Zahlen für das abgelaufene vierte Jahr, die lagen ebenfalls über den Erwartungen und deswegen haben dann die Analysten von Roth zum Beispiel oder Rot ihr Kursziel auf 270 Dollar angehoben. Das durchschnittliche Kursziel ist aber immer noch bei 222 Dollar. Das ist dann ungefähr ein Upside-Potenzial von 55 Prozent. Ich habe mal beim Eco-Reporter, den ich ja sehr schätze hier in Deutschland, für sein Know-how zu Öko-Aktien nachgeschaut, was die zur Endphase-Aktie sagen, die sagen, ja gut, die Endphase-Energy-Aktie ist ja in den letzten fünf Jahren enorm gelaufen mit 8700 Prozent plus und hat jetzt aber auch eine lange Korrekturphase hinter sich. Seit November ist es eben deutlich günstiger geworden wieder, aber immer noch sehr teuer. Sie finden sie immer noch zu teuer und favorisieren eher SolarEdge, weil das ein Konkurrent ist, der breiter aufgestellt ist, ihrer Meinung nach. Und SolarEdge übrigens, die kommen heute dann mit Zahlen und da kann man ja dann eben nochmal abwarten, was diese Zahlen bringen, wenn man sich dafür interessiert. Ich würde versprechen, das will ich bei Alles auf Aktien, gucke ich auf die SolarEdge und morgen früh, wenn du aufstehst, fünf Uhr morgens kannst du den Wecker dir stellen und dann wirst du SolarEdge hören. Sehr gut, ja. Aber SolarEdge ist ja auch so ein Star, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, für mich ist es einfach ein grundsätzlich gutes Zeichen, wenn eben hier der Optimismus bei den Zulieferern der Solarindustrie groß ist und der Solarzellen letztendlich, dass einfach wieder halt hier großes Wachstum da ist und 2021, wenn man sich jetzt mal den Gesamtmarkt anguckt, wurden Solaranlagen mit einer Leistung von 183 Gigabyte Gigawatt installiert und das waren 27 Prozent mehr als im starken Vorjahr und das trotz, und diese Branche war ja auch sehr, sehr stark getroffen von Lieferengpässen, von Charterproblemen, von gestiegenen Rohstoffkosten und so weiter und so fort. Trotzdem gab es hier dieses Wachstum natürlich bei der Energieleistung, das liegt natürlich auch zum Teil daran, dass die Solarzellen ja auch immer effizienter werden, aber von 27 Prozent. Für 2022 prognostiziert Bloomberg NEF, das ist eben dieser erneuerbaren Dienst von Bloomberg, ein Wachstum von weiteren 25 Prozent, im optimistischen Szenario sogar ein Wachstum beim Gigawatt-Bereich um 252 Gigawatt auf um 38 Prozent. Und sie rechnen zum Beispiel damit, dass der größte Wachstumstreiber China sein dürfte, auch weil bei Privathäusern und bei privaten Dachanlagen eben Solaranlagen immer beliebter werden, weil sie günstiger geworden sind und eben auf der anderen Seite stark steigende Strompreise auch in China gibt. Und das macht natürlich dann den Solarstrom auch zur Eigennutzung ganz besonders interessant. Das dürfte auch in anderen Märkten der Fall sein. Und auch weil die Lieferketten- und Logistikprobleme sich, damit rechnen die Experten, im zweiten Halbjahr dann so langsam auflösen dürften, das sollte eben auch dazu beitragen, dass eben der Solarmarkt dann wieder wächst und sich dann eben auch wieder normaleren Verhältnissen zuwendet. Und ich denke, als Investor, als Investor, als Investor wäre für den Investor, wäre Invesco, der Solar Energy Usage ETF, eine Möglichkeit eben hier diesen Sektor abzubilden. Und den gibt es ja eben mittlerweile auch in Deutschland mit der WKN A2QQ9R. Und der hat eben die angesprochenen Enphase Energy stark gewichtet mit 8,4 Prozent. Auf Platz zwei, auf Platz eins ist SolarEdge, eben die eben auch schon angesprochene, mit fast 10 Prozent sind die gewichtet. Dann ist mit drin First Solar mit 7,8 Prozent. Chini Solar, das ist ein Hersteller von Solarglas aus China, mit 7,4 Prozent. Sunrun, Darko New Energy ist mit drin. Atlantica Sustainable. Chinko Solar, meine Chinko Solar, ja mit 3,1 Prozent immerhin noch. Enkavis, 2,9 Prozent, die haben wir ja auch schon mal hier besprochen. Solarpark Betreiber, Sunova Energy mit 2,8 Prozent. Das sind die größten Positionen und auch dieser ETF ist ja eben mächtig unter Druck gekommen. Ich habe jetzt hier bloß die Dollarzahlen, die Dollarpreise, aber in Euro ist es ähnlich. Also allein in diesem Jahr schon wieder rund 16 Prozent verloren. Auf Einjahressicht über 40 Prozent verloren. Das sind dann möglicherweise schon eben Dip-Schnäppchenpreise, wo man in so einen Zukunftsmarkt dann eben günstiger reinkommt als zu den Hype-Phasen des letzten Jahres. Und wenn man das breit mit einem ETF tun will, dann kann man hier breit den Solarmarkt abdecken und ist da mit dabei. Das wäre meine Idee. Schön. Da muss man ein China-Freund sein. 20,8 Prozent China-Exposure hat man, 34 USA und Israel 15. Das ist dieser Solar, dieser Invesco. Nee, Solar-Itsch ist, glaube ich, einer von beiden. Und wenn man dann guckt, Taiwan 4,4, wenn man die jetzt noch zu China dazuzählt, was wir natürlich nicht machen, aber das ist ähnliche Region, dann haben wir 24, 25, Deutschland nur 4. Da sieht man, wie frustrierend es ist, wenn dieser wirklich wegweisenden Technologie nur mit 4 Prozent, zumindest bei Börsen notierten, Solarunternehmen dabei sind. Das ist schon frustrierend. Wir haben eine Energiewende und Zahlen dafür. Wirklich, wie viel haben wir dafür bezahlt, dass wir dann weltweit nur 4,2 Prozent der Solarbuden haben? Da ist was schiefgelaufen. Ich glaube, wir haben die Chinesen finanziert. Das hat so ein Gefühl. Aber wir haben Gutes für die Welt getan. Das haben die Amerikaner cleverer gemacht. Die haben nämlich ihre Industrie geschützt. Wir haben das nach China direkt überwiesen. Wir haben es geschützt mit Zöllen und wir haben irgendwie was falsch gemacht, aber auch zu lange subventioniert und zu lange, die gepäppelt sich nicht an den Markt anpassen mussten. Und das war eine verfehlte Subventionspolitik. Deswegen muss man eben auch bei Subventionen, ja, es ist immer nur die Ultima Ratio, auch bei Subventionen für den klimafreundlichen Ausbau von Häusern und so weiter. Das mag ich nicht so. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Ja, aber das kann man machen, um neue Technologien anzuschieben. Am Anfang kann man sowas immer machen, auch bei E-Autos. Findest du? Aber man muss dann ganz klar, doch, wenn es zu teuer ist, damit einfach Technologien, die neu sind, die einfach nur nicht rentabel gefertigt werden können, dann in den Markt kommen. Aber dann muss man einen wirklich guten Exitplan haben und schnell raus. Am besten, finde ich, sollte man das immer schon von vornherein dann kommunizieren und sagen, okay, jedes Jahr, keine Ahnung, 20 Prozent weniger und da ist es, Enddatum ist in drei Jahren oder sowas. Aber nicht immer diese Subventioniererei bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wo sich die Leute dann gewöhnen und dann, wenn die Subventionen komplett wegfallen, dann ist die Industrie nicht mehr rentabel. Dann klagen sie und sagen, mein Haus kann ich nicht mehr bauen. Ich finde trotzdem, ich bin... Oh, jetzt kriegst du Ärger. Warum? Naja, mit den Häuselbauern. Ach so, weil meine Frau, ja, die hat ein Haus geerbt und wollte es jetzt rausbauen und kam dann und kam zu mir und sagte, ja, jetzt haben sie mir die Förderung gestrichen. Dann sage ich, ja, du hast was geerbt, freu dich doch mal. Ich kann halt nicht verstehen, wie Menschen auf die Idee kommen, dass ich ihnen, also wenn sie schon vermögend sind, weil sie eine Hütte haben, ihnen das auch noch finanzieren soll. Ne, das tue ich nicht. Warum soll der arme Kerl, der immer in der Mietwohnung wohnt, jemandem, der wirklich eine Hütte geerbt hat, irgendwie das subventionieren, dass er irgendwie eine neue Heizung einbaut? Neue Heizung ist in dem Interesse des Hausbesitzers fertig, mach das, aber nicht mit meinem Geld. So, jetzt habe ich das auch mal gesagt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder zu Hause Ärger. So, dann darfst du noch mit einem Bullen. Ich habe noch einen Bullen, habe ich hier im Angebot, und zwar Bulle ist, jetzt bin ich mal richtig progressiv hier. Mein Bulle der Woche ist, es sind leider nicht so viele unter unseren Zuhörern, nämlich Anlegerinnen. Anlegerinnen kriegen meinen Bullen der Woche. Und wie komme ich jetzt zu Anlegerinnen? Warum kriegt ihr, liebe weibliche Bersianer oder Bersianerinnen, warum kriegt ihr meinen Bullen? Ganz einfach, es gab eine Studie von Trade Republic zusammen mit dem DIW. Und Trade Republic, man muss es sagen, die wollten natürlich mal zeigen, dass sie gesellschaftlich wertvoll sind, dass sie ein geiles Unternehmen sind, dass sie Probleme lösen, dass sie Altersarmut machen und so weiter. Also haben sie eine Studie gemacht, zusammen mit dem DIW zusammen, und dann sind 216.000 Kunden, haben da mitgemacht und die sind dann mal unter die Lupe genommen worden. Und dann hat man halt ein paar Schlüsse gezogen. Gut, was die jetzt selbst nicht so gerne gesagt haben wollen, dass 40 Prozent der Kunden haben einfach Verlust gemacht in den letzten zwei Jahren. Jetzt kann man mal gucken, was hat die Börse gemacht. 40 Prozent der MSCI Welt, da ist Verlust machen schon eine Leistung, würde ich mal sagen. So, das ist das eine. Dann haben sie herausgefunden, dass die Leute relativ doll in Aktien gehen, nur relativ wenig in ETFs. Wo habe ich die Zahlen? Ich glaube, 60 Prozent waren in Aktien und nur 20 Prozent in ETFs. Man soll es mir jetzt nachsehen, wenn ich nicht genau die Zahl jetzt hier habe. Aber das war das zweite Problem, was es gab. Also wenn gerade, weil die Hälfte der Leute unter 35 sind und auch viele erste Erfahrungen bei Trade Republic gemacht haben, dann macht man seine ersten Erfahrungen möglichst erst mal mit ETFs, um so ein bisschen das Gefühl zu kriegen und dann mit Einzelaktien. Aber das schienen die Kunden irgendwie anders gemacht zu haben und deswegen, auch das ist eine Sache. Und deswegen haben die auch nur eine Rendite von 7,1 Prozent im Median gemacht. Also Median ist ja immer genau links davon genauso viele wie rechts davon. Also der Median-Kunde bei Trade Republic von 7,1 Prozent. Und dann habe ich da relativ lange diskutiert, auch mit Christian Hecker, der ja Trade Republic gegründet hat und dessen Vision es ja ist, für eine gute Altersvorsorge zu sorgen und auch Deutschland eine Anliegerkultur zu machen. Das, was wir eigentlich auch wollen. Und dann hat er irgendwie durchblicken lassen, dass Frauen eine wesentlich bessere Rendite machen. Er wollte es ja mir noch nicht sagen, wie viel es jetzt genau ist, als es Männer tun. Und man sieht halt, weil Frauen A, nicht so selbstbewusst sind und sagen, ich kaufe ja die Aktie und trade hin und her und nicht so aktiv sind, sondern einfach einen Plan haben, investieren, dann meistens das über ETFs machen. Und deswegen sind sie wesentlich besser, haben nicht diese Overconfidenz. Denn was die Studie auch herausgefunden hat, dass die Leute, die dem schnellen Geld aus waren, die haben sogar nur im Schnitt 2 Prozent gemacht. Und die, die langfristig angelegt haben, haben nicht nur die 7,1 Prozent gemacht wie der Schnitt, sondern die haben sogar 12 gemacht. Also man sieht, wenn man langfristig anlegt, wenn man nach Plan anlegt, nicht so oft hin und her tradet und möglicherweise nicht der Overconfidenz anheim fällt und nicht alles in Einzelaktien hin und her zockt, dann ist man der bessere Anleger. Das scheinen Frauen gewesen sein. Es waren leider nur relativ wenige Frauen dabei, nämlich nur 15 der Kunden. Mittlerweile sind es mehr Kunden bei Trade Republic. Jede dritte Frau neu. Also jeder dritte Kunde ist jetzt eine Frau neuerdings bei Trade Republic. Das ist schon relativ viel, muss man sagen. Das ist gut. Und die machen auch anscheinend höhere Rendite. Am 8. März zum Frauentag wollen die dann genau sagen, wie viel es ist. Und dann werdet ihr sehen, liebe Frauen, warum ihr meinen Bullen bekommen habt. Es wird eine hohe Zahl erwartet. Und deswegen Bulle der Woche, Anlegerin. Sehr gut. Ein Hoch auf die Frauen. Nein, aber es ist schon immer so. Nein, aber dass die Frauen einfach riesig... 50 Prozent meines Tepots sind Jumia. Genau. Ja, ich bin ja ein Mann. Ein Mann. Das ist schon gut. Entschuldigung. Aber ich meine... Nein, ich sage es ja immer wieder. Nur meines aktiven Aktiendepots, was eine Art Venture-Depot ist. Ich habe daneben auch noch Fonddepots und ich habe Immobilien. Und das ist von der Gesamtvermögensstreuung ist das dann eben durchaus, ja, immer noch vielleicht ein bisschen höher gewichteter Anteil, aber durchaus für mich tragbar. Und das muss letztendlich jeder selber entscheiden. Aber den Frauen muss man oft immer sagen, ja, lass nicht alles auf dem Tagesgeldkonto verschlummern und sich selbst verzieren, ja, in Zeiten der Inflation. Also auch investieren. Wir haben ja einen Fond, dem wir sagen, MSCI All Country World, entweder da ein iShares drauf oder den FUZI All World von Vanguard. Das sind zwei Produkte. FTSE für den FUZI. Wenn wir mal FUZI sagen, dann guckt man nach, also FTSE geschrieben, ja. Und Vanguard, FUZI All World, das sind die beiden Dinge. FUZI All World. Der eine hat 20 Basispunkte, also 0,2 Prozent Gebühren, der andere 0,2,2 und der Vanguard ist noch ein Ticken besser als der andere, aber wirklich nur im Minimalbereich. Einen von beiden kriegt ihr bei einem Neobroker gratis, bei Scalable, weil wir jetzt ja immer von Trade Republic, muss ja auch die Konkurrenz machen, bei Scalable gibt es beide umsonst. Macht einfach einen Sparplan drauf. Wurde übrigens neulich sogar in der Bild-Zeitung, ja. Was? Vorletzte Woche in der Bild-Zeitung ein Kapitel, ich weiß nicht mehr in der Überschrift, aber da war so ein kleiner Kapitel, wie man eben Geld anlegt mit ETFs, ja. Da habe ich die Seite ausgeschnitten, bin zu meiner Kollegin Nele Würzbach, die ja unter meinen Bekehrungs... Sie macht lauter Bilder bei Instagram. Sieht nicht aus, als ob sie es schon angelegt hätte. Nein, hat noch nicht angelegt. Sie hat gesagt, sie muss erst mal in den Urlaub fahren. In Argentinien war sie, das konnte sie nicht leisten. Sie war ja früher bei der Bild, ja. Sie hat gesagt, hier bitte, du glaubst doch an die Bild, bitteschön, hier hast du Schwarz auf Weiß in großen Buchstaben. Und? Noch keine Reaktion bekommen. Ich werde dranbleiben, aber ich habe eine junge Redakteurin bekehrt, ja, Lore ist jetzt auch dabei und ist ganz glücklich. Hat einen ETF-Sparplan angedacht und hat sich richtig gefreut. Hört sie auch zu? Sie hört auch ab und zu zu. Nicht ab und zu. Wir brauchen ja auch mehr Frauen. Nein, nein. Das kann nicht sein. Wir machen im März mal irgendeinen Frauen-Special. Ich würde sagen, unsere jungen Redakteure und Redakteure, es gibt sehr viele jungen Redakteurinnen bei uns auch, die wirklich schon mir immer wieder berichten, dass sie schon lange dabei sind. Komm, im März suchen wir uns irgendeine Frau, die einfach mal erzählt, wie sie anders anlegt und vielleicht müssen wir einfach anders kommunizieren, dass wir auch mehr Frauen kriegen. Genau. Das kann nicht sein, dass… Zum Frauentag, das ist doch super. Ja? Das ist doch mal Vorsatz, ja? Und du bist dann auch nett und machst keine Frauenfeindlichen. Nein, überhaupt nicht. Und wenn, dann ist es Ironie und ihr versteht das nur alle nicht. Ja, das ist immer, beim J-Bits ist dann immer alles Ironie, ja. Ja. Da habe ich mir das letzte Mal auch gerne. Ich sage es, dann müssen wir diese Diskussion machen. Genau. Ich habe übrigens jetzt nochmal nachgeguckt, die jungen Anleger investieren 60 Prozent in Einzelaktien bei Trade-Cuffing und 26 Prozent nur in ETFs. Daran sieht man… Aber vielleicht, man muss ja auch sagen… Es macht ja mehr Spaß, ich verstehe es ja. Es kann aber auch sein, dass Trade Republic einfach das Zweitkonto ist und dass man schon irgendwie woanders… Ich habe ja auch verschiedene Depots. Es muss ja nicht repräsentativ sein, was man nur bei einem Broker macht. Aber sicherlich sind die Jungen vielleicht erstmal nur bei einem Broker gestartet. Würde ich denken. Und dann fangt wieder besser erstmal mit Breit an und macht dann dazu noch ein bisschen Aktienshow. Und jetzt kriegt es eine Idee vom DEFNER. Jetzt gibt es eine Idee. Jetzt gibt es eine Aktienshow-Idee. Aktienshow-Idee? Eine Aktie. Nein. Eine Schnäppchen-Idee. Das ist doch gar kein Schnäppchen-Idee. Qualifiziert für das Tech-Schrott-Imperium von DEFNER. Und da ist natürlich dann mein Herz aufgegangen, mein Schnäppchen-Jäger-Herz. Und mir waren Deliver Hero, ich sage es ehrlich, ich hatte immer Sympathien für die, aber mir waren sie eigentlich immer zu teuer. Und wir haben ja auch schon mal als Thema diskutiert, damals zum DAX-Aufstieg. Der hat sogar schon mal einen Bären gekriegt, der Östbären. Ja, und wir haben es ja auch schon mal als Thema diskutiert. Ja, der hat es schon mal vorweg gestellt. Ja, der ist ein Visionär, der nur wegen des billigen Geldes ja nicht mehr mäßig sein kann. Ja, 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 ja. So ist es. Beruhig dich, beruhig dich. Ganz ruhig, Brauner. Gleich kriegst du deinen Hafer. Muss ich jetzt mieren. Und ja, wie gesagt, ich habe dann zugegriffen am letzten Donnerstag, als die Aktie dramatisch abgestürzt ist. Rekord-Tages-Kursverlust verbucht hat von 30 Prozent. Das war noch nicht der Tiefstand, ja. Also den erwischt man ja sowieso selten. Deswegen bin ich da. Aber natürlich guckst du, am nächsten Tag am Freitag ging es nochmal 10 Prozent nach unten. Und an diesem Montag, natürlich in dem allgemeinen Marktumfeld mit Kriegsangst und so weiter und so fort, ging es nochmal richtig, gab es nochmal richtig auf die Fresse. Und da ist die Aktie bis auf unter 39 Euro gefallen. Und sie war ja im Hoch schon mal bei 100, knapp 150 Euro gewesen. Und ja, ist ja in den DAX aufgestiegen, Wirecard abgelöst damals. Wirecard abgelöst. Damals wurde schon immer sehr kritisiert, dass sie nicht profitabel sind und trotzdem in den DAX sind die oberste Börsenliga dürften. Und naja. Also es gibt viele Kritiker, unter anderem einen Kollegen Z. aus B. Aber ich bin bekennender Delivery Hero Anhänger jetzt. Und vor allem habe jetzt einfach für mich diesen, ich finde, einen günstigen Preis zum Einstieg genutzt. Aber erstmal, was ist passiert da am letzten Donnerstag? Sie haben eigentlich Zahlen gebracht, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aussahen. Also die haben einen Umsatz um 62 Prozent angehoben im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und das ist der Plattform, also der komplette Umsatz auf der Plattform, sogenannte GMV, GMV, um 62 Prozent. Also alles, was über die Plattform da verkauft wurde, auf 35,4 Milliarden. Die Prognose lag zwischen 33 und 35 Milliarden. Also da eigentlich übererfüllt. Der eigene Umsatz, der richtige Umsatz, der stieg auf 6,6 Milliarden Euro, um 89 Prozent. Und enttäuscht hat dann allerdings ihre Gewinnmarge. Die messen sie wieder an diesem Plattformumsatz. Und da sind sie mit 2, minus, vor allem minus, ja, negativ weiter, minus 2,2 Prozent rausgekommen. Und vorher hat das Unternehmen 2 Prozent, minus 2 Prozent vorhergesagt. Und das war eine der großen Enttäuschungen. Und dann hat auch noch die Prognose, die sie selber jetzt als konservativ bezeichnen, enttäuscht. Und da sagen sie eben auf, dass sie eben diesen Plattformumsatz, GMV, für dieses Jahr auf 44 bis 45 Milliarden Euro steigern wollen. Und der eigene Umsatz, der soll auf 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro steigen. Und das hat dann die Börse auch enttäuscht. Aber dass es dann zu diesem regelrechten Abverkauf kam, das lag dann sicherlich eben auch mit an diesem sehr sensiblen Umfeld momentan für Technologieaktien. Vor allem für nicht profitable Technologieaktien in diesem Umfeld. Wir haben es skizziert, steigende Zinsen. Da sind solche Modelle dann offenbar nicht mehr so gelitten. Aber ja, gibt möglicherweise dann eben auch eine Einstiegschance. Warum habe ich dazu gegriffen? Also ich meine, dass die Aktie jetzt viel zu sehr verprügelt wurde. Man sieht, die erwarten für dieses Jahr eben einen Umsatz bis 10,5 Milliarden. Das entspricht dann, also 9,5 bis 10,5 Milliarden. Das entspricht dann der Marktkapitalisierung, auf die sie jetzt gefallen sind. Teilweise sogar unter 10 Milliarden. Also um die 10 Milliarden die Marktkapitalisierung. Und das ist dann eben ein Kursumsatzverhältnis von eins. Und das ist dann für so eine Company meiner Meinung nach viel, viel zu gering. Ja, es hat enttäuscht, dass sie die Profitabilitätsziele hier nicht erreicht haben. Aber ich denke mal, dass sie auch schon angekündigt haben, dass sie in Richtung Profitabilität gehen wollen. Sie wollen ja in ihrem Kerngeschäft, in ihrem Plattformgeschäft im zweiten Halbjahr profitabel werden. Und sie wollen 2022 für dieses bereinigte Betriebsergebnis für das Plattformgeschäft auch im Gesamtjahr ein positives, bereinigtes Betriebsergebnis erzielen. Für den Gesamtkonzern wollen sie 2023 dann die Kehrtwende schaffen und hier die Gewinnschwelle dann auf Konzernebene knacken. Und ja, ich denke, das kann klappen. Andere machen es vor. Uber Eats hat zum Beispiel jetzt für eben das Essensgeschäft von Uber schwarze Zahlen zuletzt gemeldet. Unter dem Strich ein bereinigter Gewinn von 25 Millionen Dollar. Und war das im Quartal? Ja, im Quartal. Also es ist durchaus möglich, mit solchen Geschäftsmodellen Gewinne zu erzielen. Man muss halt einfach irgendwann mal den Schalter umlegen und dann gibt es eben Möglichkeiten, wo man das steuern kann. Sie sind ja auch schon darauf aus, dass sie auf die Kosten achten. Zum Beispiel bei Akquisitionen sind nicht mehr bereit, um jeden Preis etwas zuzukaufen. haben zum Beispiel bei Volt waren es jetzt, finde ich es nicht mehr, da nicht mit geboten. Also es ist da quasi eine Art, ja hier beim finnischen Wettbewerber Volt, den sich dann DoorDash aus den USA geschnappt hat für sieben Milliarden Euro, haben die Volt gekauft, die ja hier auch auf dem Berliner Markt aktiv sind. Da haben sie abgewunken, das war ihnen zu teuer. Sie haben sich dann schnell auch wieder aus dem eigenen Deutschlandgeschäft, das sie mal kurzzeitig wieder an den Start gebracht haben, verabschiedet. Haben sich dafür an Gorillas beteiligt, aber wollen den jetzt nicht da noch auf diesem sehr umkämpften Berliner Markt dann nochmal mit dem eigenen Geschäft Konkurrenz machen. Sie wollen sich aus Japan verabschieden und haben auf der anderen Seite einen für mich klugen Zugkauf gemacht, Glovo. Da haben sie nochmal, da hatten sie ja schon Anteile und haben jetzt da nochmal aufgestockt in Richtung 80 Prozent für die restlichen ungefähr 40 Prozent, die sie da zugekauft haben. Haben sie nochmal dann 780 Millionen Euro nur bezahlt. Und Glovo, die liefern eben nicht nur Essen aus Restaurants, sondern sie liefern auch Einkäufe aus Supermärkten und Apotheken. Also diese Schnelllieferdienste wie Gorillas eben in diesem Markt dringen sie ja auch immer vor. Und die Geschäftsmodelle passen meiner Meinung nach zusammen. Da haben sie mittlerweile auch schon 1000 Lagerplätze weltweit, die sie betreiben. Und das ist ja ein Geschäft, das sie dann quasi auf eigene Rechnung betreiben und nicht nur als Plattform. Und das sind Wachstumschancen. Glovo ist eine gute regionale Ergänzung, weil sie in Südamerika und Osteuropa stark sind, da wo bisher Delivery Hero nicht so stark war. Die sind ja vor allem auch in Asien sehr, sehr stark unterwegs. Und diese Konzentration finde ich auch auf aufstrebende Märkte ist auch klug. Das sind auch die Kosten zum Beispiel für Fahrer und dergleichen noch nicht so hoch. Und das sind Märkte, wo man eben solche Businessmodelle dann besser aufbauen kann als in sehr etablierten Industriestaaten. Und sie sind angeblich in 95 Prozent der Länder die Nummer eins am Markt. Das ist ja ein klares Ziel gewesen, dass sie Marktführer werden wollen, um dann irgendwann auch Monopolgewinne einstreichen zu können. Sicherlich, man sieht jetzt in Berlin, dass es eben gibt es dann mal einen Monopolisten zeitweise. Und dann kommen auch wieder Angreifer auf den Markt. Aber letztendlich wird sich das dann doch etwas aussortieren. Es sind jetzt momentan viele, viele Wettbewerber auf dem Markt, die mit viel Eigenkapital von Privatinvestoren und Private Equity ausgestattet sind. Ein enormer Verdrängungswettbewerb. Aber auch dieser Kampf wird irgendwann mal viele aufgeben, wird Kontrollierungen gegeben. Und ich denke mal, dass Delivery Hero da gut aufgestellt ist, um profitieren zu können. Und ich finde jetzt einfach, sie wurden einfach zu sehr verprügelt. Und das hat eben mein Schnäppcheninstinkt gelockt. Und wie sich heute zeigt, war ich nicht der Einzige, der am Donnerstag gekauft hat, sondern auch der Chef selbst, Niklas Oestberg, hat gekauft. Und nichts für einen symbolischen Betrag. Er hat für 14 Millionen Euro Aktien gekauft an diesem letzten Donnerstag, als die Aktie so unter Druck kam. Und das ist schon mehr als ein symbolisches Zeichen, sondern das ist ein ganz klares Bekenntnis, dass er Skin in the Game hat, dass er an dieses Geschäftsmodell glaubt und mit dabei ist. Und einer von uns ist, wie er bei Twitter geschrieben hat. Bei Twitter als auch bei LinkedIn hat er geschrieben, er sitzt mit im Boot und hat dann diesen Aktienkurs. Ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Manager gesehen, der seinen Aktienkurs, der sich eben um 30 Prozent reduziert hat, das auch noch darstellt und dann sich dafür feiern ließ, wie ehrlich er ist, was er für ein toller Typ ist und so weiter. Man muss ja einfach mal die Historie von Herrn Oestbergs, einfach mal seine Kommunikationshistorie anschauen. Ich hatte ihn ja schon mal als Bär in der Woche hier rausgesucht. Er war immer der Typ, der gesagt hat, wir wollen Visionen verkaufen. Ich frage mich, hey, du bringst Essen? Was ist denn deine Vision dran? Es ist genau wie, naja, wir geben den armen Menschen einen Job, damit sie den reichen Leuten das Essen bringen kann. Trickle-Down-Theorie, ey, was? Ich kapiere das nicht. Das ist ein einfacher Essenslieferant oder dann auch noch, wenn sie andere Geschäftsmodelle haben, da wird einfach was geliefert. Da brauchst du möglichst günstige Arbeitskräfte, die das ranschaffen. Und der, der es sich ranschaffen lässt, das ist jemand, der ein bisschen mehr Geld hat, funktioniert in solchen Märkten gut, wo einfach die Ungleichheit besonders groß ist, weil dann die Leute, die liefern, möglichst wenig Geld haben und die sich liefern lassen, viel Geld haben. Denen kannst du viel Geld abnehmen und denen, die liefern, kannst du wenig Geld geben. Das funktioniert leider in nicht so vielen Ländern so gut, zumal viele Städte in Amerika beispielsweise dazu übergehen, dass sie so Caps einführen, dass du dann einfach hast, dass du in Restaurants nicht, selbst wenn du ein Monopolist bist, nicht einfach 30 Prozent abnehmen kannst, sondern dass es gecappt ist. Und du hast ja jetzt selbst schon von Delivery Hero erzählt, dass sie in ganz vielen Märkten Nummer eins sind. Und die Idee war ja immer, ich rolle einen Markt auf, muss Blitz skalieren, muss ganz groß werden. Und wenn ich groß bin und wenn ich Nummer eins bin, dann kommt das Geld reingeflogen und dann mache ich Gewinne. Und man muss leider feststellen, in keinem, es funktioniert irgendwie nicht. Ich habe jetzt mal bis 2014 die Historie zurückgeguckt und das Einzige, was passiert ist, die Verluste haben sich immer nur vergrößert. Größer geworden, größer geworden, größer geworden, größer geworden. Und ich sehe da überhaupt keine Idee, wie das mal weniger werden wird. Und es scheint so zu sein, dass dieses Geschäftsmodell, einer liefert den Kram, das Restaurant muss bezahlen, der Kunde muss bezahlen, der, der es liefert, kriegt jetzt sogar noch ein bisschen mehr, kriegt auch nicht so viel. Also wenn alle, und alle sind unzufrieden mit dem Prozess. Derjenige, das Restaurant sagt, oh, die ziehen mich ab. Derjenige, der Fahrrad fährt oder der es liefert, der sagt auch, oh, die beuten mich aus. Und der, der es nach Hause geliefert bekommt, der sagt, oh, ist okay, aber mehr würde ich auch nicht bezahlen. Und ich frage mich halt, wie man so ein Geschäftsmodell, wo alle beteiligten Parteien eigentlich, da ist keine richtig glücklich, und die machen aber jetzt richtig fette Verluste. Und die wollen weiter fette Verluste machen. Ungefähr drei Milliarden haben sie noch, wenn sie ein paar Assets abstoßen. Und das Problem ist aber, sie machen Verluste ungefähr 700 bis 800 Millionen. Dann kann man sich ausrechnen, wie lange können sie das machen. Dann haben sie das Problem, sie haben noch ein paar Convertibles ausstehen, also ein paar Anleihen, die, wenn der Aktienkurs nicht, es ist immer so, eine Convertible läuft immer so, wenn das Ding ausläuft, wenn der Aktienkurs eine bestimmte Schwelle erreicht hat, dann wird es in Aktien ausgezahlt, dann muss man also keinen Cash geben. Und wenn der Aktienkurs aber zu niedrig ist, dann musst du halt das in Cash auszahlen. Und wenn halt 2024 wird ein Convertible fällig, dann müssen sie 850 Millionen bezahlen, wenn sie nicht bis dahin den Aktienkurs wieder hochgekriegt haben und so weiter. Klar, wenn ich Östberg hieße, würde ich jetzt auch Aktien kaufen. Der hat ja auch wahrscheinlich in den vergangenen Jahren genug verdient. Aber ich kann halt dieses Geschäftsmodell, ich kann es wirklich noch nicht erkennen, wie das profitabel wäre. Die einzige Chance, die ich sehe, wäre die, dass es irgendwann kein Kapital mehr gibt und keine Konkurrenz mehr in den Markt kommt. Denn bisher war ja immer die Idee, wenn ich irgendwie dann alleine in Deutschland bin, das war ja Just-E-Takeaway, das ist ja damals, hat sich ja Delivery Hero zurückgezogen, hat dann den ganzen Kram an Just-E-Takeaway verkauft. Und dann waren die die Monopolisten. Und dann kam einfach mal Volt und sagt, guck, guck, wir sind da. Und nur, wenn keiner mehr so ein Ding finanzieren würde, dann würde das, glaube ich, vielleicht funktionieren. Weil wenn immer, wenn irgendwie ein Unternehmen Gewinne, zu hohe Gewinne machen würde in so einem Markt, dann würde es immer Konkurrenten geben, die wieder reingehen und die das wieder kaputt machen und die dann das nicht möglich machen, dass du irgendwann diese Monopolgewinne, von denen die Leute träumen, kriegen würdest. Und deswegen, ich finde das Geschäftsmodell weder visionär, noch finde ich es technologisch besonders anspruchsvoll, noch finde ich es, wahrscheinlich bin ich auch viel zu sehr Schnäppchenjäger und finde es viel zu spannend, selbst durch den Supermarkt zu laufen. Also ich sage, ich lasse es mir bringen. Insofern kann ich damit nichts anfangen und würde, die Aktie würde ich nicht besitzen wollen. Und deswegen hat es überhaupt, das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Und wir haben uns mal angeguckt jetzt, es gibt ja eine Geschichte des DAX, Einbrüche, die relativ dick sind, jetzt muss man sagen, diese 32 Prozent, das kann man natürlich nicht vergleichen mit anderen großen Kurs abstürzen. Weil derzeit ist es ja so, wenn die ganze Welt auf beide Dip gepolt ist und alle auf einer Seite des Marktes stehen, dann ist halt keine Liquidität da, wenn wirklich was schief läuft. Man hat das bei Facebook oder Meta gesehen, dass eine Aktie mal eben 250 Milliarden verliert. Hätte man das früher jemandem gesagt, an einem Tag verliert eine Aktie 250 Milliarden, hätte er gesagt, das kann nur passieren, wenn eine Aktie pleite geht, also wenn ein Unternehmen pleite geht. Und wir haben halt gerade so Sachen, das ist keine Liquidität, das hält keiner dann die Hand auf, wenn was runter stürzt. Deswegen stürzen Sachen so weit ab. Deswegen kann man jetzt die 30 Prozent auch nicht so wirklich ganz ernst nehmen. Nur was wir gesehen haben, wenn wirklich eine DAX-Aktie mal wirklich kräftig fällt, dann ist es in den meisten Fällen so, dass danach eine Leidensgeschichte folgt. Das war bei Hyper Real Estate so, das war bei Wirecard so, das war bei MLP so. Das waren jetzt zwei pleite Unternehmen und ein Betrugsunternehmen. Ja, es waren aber viele andere Unternehmen. Es ist immer so, wenn du so einen fetten Einbruch hast, hast du irgendwie wie so Hundekacke am Schuh. Und das riecht, und das willst du irgendwie, weiß ich nicht, das kriegst du auch so schnell nicht wieder los. Infineon ist ein anderes Beispiel, da ging es, das hat eine Wende hingelegt, aber so richtig, auch das spricht für mich dagegen. Die Kommunikationsphilosophie dieses Typen spricht für mich auch dagegen. Deswegen finde ich jetzt, vielleicht gibt es noch eine Gegenbewegung, mein Gott, aber da muss ich nicht dabei sein. Ich brauche das nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das Geschäft, die investieren jetzt immer noch viel in Örgstum und haben Glovo gekauft, müssen es integrieren und haben andere Zukäufe gemacht. Nach zehn Jahren muss man doch mal profitabel sein. Irgendwann muss man es doch mal sehen. Ja, aber das ist die gleiche Rede, die habe ich damals bei Amazon gehört. Die waren nicht zehn Jahre unprofiets. Die waren drei oder vier Jahre. Die waren drei oder vier Jahre unprofiets. Die haben irgendwann Cash verdient. Du musst mal die Cash-Bilanz dieses Unternehmens dir angucken. Guck dir mal Free Cashflow. Die haben das nicht. Und wir zehn Jahre kein Free Cashflow. Amazon hatte Free Cashflow. Klar haben sie keine Gewinne. Die haben das irgendwie so gedreht, dass sie am Ende keine Gewinne hatten, weil sie Abschreibungen hatten, weil sie investiert haben. Ja, weil sie investiert haben. Das verstehe ich ja auch. Und das macht der Delivery Hero auch. Sie investieren, sie haben Glovo gekauft. Die machen sie zurückgekauft. Hatten sie früher auch schon mal. Dann haben sie es verkauft, wieder gekauft. Dann haben sie es mit eigenen Aktien auch noch denen gegeben. Dann haben die Glovo-Leute gesagt, hey, jetzt nehmen wir die Delivery Hero-Aktien und schmeißen die auf den Markt. Warum machen die das? Weil die finden, dass ihr Geschäft so geil ist und weil die denken, dass es richtig Gewinne macht. Warum haben die ihre gesamten Aktien, die sie gekriegt haben, per Blocktrade rausgeknallt? Das macht doch keiner, weil er an das Unternehmen glaubt, sondern die wissen, hey, das ist ein Geschäftsmodell, läuft nicht so. Weg damit. Und ich kann es nicht nachvollziehen und würde auch die Aktien nicht haben wollen. Aber wunderbar. Müssen wir noch eine Wette hier festmachen. Analysten waren auch ganz unterschiedlich, muss man sagen. Die Analysten, ich sage dir wie jetzt. Es gibt einen einzigen, der runtergestuft wird. Das war von der HSBC, Ja, aber der hat massiv runtergestuft. Der sieht jetzt Kurs C46. Alle anderen, das durchschnittliche Kurs von diesem Unternehmen ist bei 105 und das war am Jahresanfang bei 180. Wer da auf Analysten-Schätzungen glaubt, Leute, was glaubt ihr denn? Also bei diesem Unternehmen sieht man, das ist einfach eine Luftnummer, die nur dann funktioniert, wenn es billig Geld gibt. Gibt es kein billig Geld mehr, ist das Ding nur noch die Hälfte wert. Und so auch okay. Ich würde genau das Gegenteil, das würde, glaube ich, dem Marktführer nutzt es eher, wenn ihm das Geld nicht mehr so billig ist, weil das billige Geld kommt ja gerade von Private Equity. Das macht Konkurrenz Unsere Restaurants sind uns sehr wichtig. Das gehört zur kulturellen Eigenart. Ich sage dir, wenn jemand kommt als Monopolist kommt und 30 Prozent haben will, dann kommt die Stadt Berlin und sagt, es cappen wir bei 15. Und dann hast du auch keine Gewinne mehr. 25 Prozent. Ich kann den Gewinn nicht sehen. Nein, da muss eine Win-Win-Situation draus werden und die Restaurants haben sehr gut in der Pandemie davon profitiert, dass es solche Lieferdienste gab und dass sie plötzlich einen anderen Standbein hatten, muss man halt auch dazu sagen. Und das ist einfach ein neues Angebot. Profitiert ist eine andere Geschichte. Profitiert heißt, Überleben ist vor allem Profitieren. Ich glaube, wenn du überlebst, dann wirst du dich schon zu den Profiteuren gewinnen zählen. Im Vergleich zu den Nicht-Überlebenden. Das ist ein ganz klares Profitieren. Und hat das Leid auf jeden Fall gemildert. Und deswegen, es ist einfach ein neues Geschäftsmodell und natürlich ist Technologie-Trieben. Neues Geschäftsmodell. Pizza-Lieferdienste gab es schon immer. Aber der Unterschied ist, dass du mit guten Algorithmen dann die Fahrer steuern kannst und eine gute Plattform bauen kannst und so weiter und so fort. Ich bin jetzt auch kein Kunde, weil ich einfach nur auf die Straße gehen muss und dann alles vor der Haustür habe. Deswegen hast du auch da wenig Chancen. Nein, bei Lieferdiensten grundsätzlich meine ich oder bei Schnelllieferdiensten. Also ich habe mein Späti vor der Haustür, ich habe mein Italiener und mein Vitali, die sind alles direkt vor der Haustür. Da brauchst du mir nicht liefern lassen. Aber sobald du in ein paar abgelegeneren Blocks wohnst, dann ist das doch ein guter Service, der das einfach bereichert. Und ich glaube, es gibt den Service nicht mehr. Dann auch wieder nicht mehr, ja. Wenn ich im Rheinland war, dann gab es das nicht. Da dachte ich, hey, lass uns liefern. Das gibt es nicht. Da hast du es auch nicht. Auf dem Dorf hast du es auch nicht, wo du es brauchen könntest. Und in Zukunft gibt es dann auch weitere. Petrone kommen. Genau. Und dann wird es funktionieren. Lieferroboter, was es alles gibt. Dann hast du E-Hang. Genau, meine E-Hang-Drohne. Ich sehe das. Es gibt auch von E-Hang. Jumia und Delivery Hero, das ist so das Trium. Das wird eine große Version, ja. Die packen sich zusammen und wäre eine super App. Und der eine liefert das beim anderen. Und aus Afrika wird günstig. Das Tech-Schrott-Imperium. Wird günstig. Die Rohstoffe rein, eine Card. Delivery Hero macht das dann. Und die E-Hang-Drohne liefert es aus. Delivery Hero könnte ja vielleicht noch Jumia kaufen. Gibt es ja auch gerade günstig, ja. Ach ja. Ich weiß nicht, wie viel sind die? Ich gucke mal, was Delivery Hero wert ist. Ich glaube, 13 Milliarden sind sie noch wert. Nein, Delivery Hero ist jetzt. 12,1. 12,1. Und Jumia ist? Nein, nein. Delivery Hero ist bei 10,9 Euro. 12,1 Milliarden. Wahnsinn, ja. Oder Wahnsinn. Sind sie bei 48 irgendwas? Worauf wetten wir denn lieber Delivery? Es ist auf jeden Fall immer noch ein Schnapper. Und jetzt sind sie halt wieder gestiegen, als bekannt wurde, dass Oesberg so zugegriffen hat. Und das ist ein klares Bekenntnis gewesen. So, so schnell kann es dann eben gehen. Und wer bei 39 verkauft hat, selber schuld. Und klar, ich habe bei 48 gekauft am Donnerstag. Ich habe gedacht, Mensch, hätte ich noch ein bisschen günstiger kriegen können. Aber den Tiefpunkt erwischt man auch nie. Und du sagst, die Aktie wird quasi scheitern. Ich scheitere nicht. Zero ist das ja quasi das Kursziel. Nein, das ist doch nicht Zero. Ich sage doch nicht scheitern. Ich sage nur, zu glauben, du hast doch gerade gesagt, dass das alles total keinen Sinn macht. Nein, ich sehe halt nur kein großes Geschäftsmodell mit geilen Renditen. Es wird immer einen Lieferdienst geben. Und der Lieferdienst wird auch ein bisschen was verdienen. Aber doch nicht so viel. Die Idee, dass du irgendwann Superrenditen hast, die wird nicht aufgehen. Was heißt Superrenditen? Aber dass du aufgänglich, sag ich schon, dass du Renditen hast und dass du mit auch den Schnelllieferdiensten und so weiter das Geschäftsmodell ständig erweitern kannst. Da gibt es dann viele Ideen, was du noch alles liefern kannst. Also ich denke mal, das ist Sinn gekommen, um zu bleiben, Lieferdienste. Und in der Pandemie haben sich auch viele daran gewöhnt, haben das auch als Kunden erstmals entdeckt, wenn du in deiner Quarantäne sitzt. Und deswegen denke ich, dass es eine Zukunft hat, dass Delivery Hero als Marktführer weltweit gut aufgestellt ist und dass es ein leichtes ist, dann das Ding auch mal positiv zu machen, wenn du einfach die Marketingausgaben ein bisschen runterschraubst, die ganzen, was an Bonus und an Coupons und so weiter angeboten wird, wenn es einfach kürzt und plötzlich bist du ruckzuck auch positiv und dann sieht auch die Zukunft. Genau, Schalter umlegen. Die müssen nur den Schalter umlegen. Ja, einfach weniger ausgeben. Das ist so, wie wir es beim Einkaufen machen. Und schon wird das laufen. Sie haben dieses Ziel proklamiert, sicherlich diese ständigen Strategieänderungen. Weltweit geht der Mindestlohn hoch. Mit weniger ausgeben ist es schwierig. Ja, aber in den Ländern, gerade in den Entwicklungsländern und in den Emerging Markets, in den Schwellenländern, ich habe neulich von Indien, jetzt sind sie glaube ich nicht aktiv, aber gibt es immer noch wahnsinnig junge Bevölkerung und es ist nicht so, dass es überall so knapp ist. Ich sage ja, wo Ungleichheit herrscht, kann das aufgehen, das Geschäftsmodell. In Deutschland würde ich sagen, schwierig. Ja, sind ja in Deutschland nicht aktiv. Genau. Und Ungleichheit heißt auch, dass sie einfach Leuten eine Chance geben, einen Job zu bekommen. Trickle-Down-Theorie, genau. Ich kenne jemanden, der die Theorie auch vertritt. Das ist doch super. Sitzt ihr in einem Boot zusammen und könnt zusammen euch feiern dafür, dass diese Geschäftsmodelle die Reichtum in die Welt bringen. Ja, schön, dass du nicht Lieferbote sein musst. Ja, schön, dass, aber es gibt einfach Leute, für die ist es ein wichtiger Job und für die ist es gut, wenn sie einen Job haben, besser als sie keinen Job haben. So ist es einfach. Und das ist, also diese Arroganz dann immer zu sagen. Es geht nicht um Arroganz. Es geht darum, dass du nicht so den Eindruck vermittelst, dass du jetzt irgendwie der Heiland wärst. Vermittle ich nicht, aber ich sage, es bringt neue Chancen in die Welt und es ist gut für alle Beteiligten. Ja, und natürlich müssen sich dann die Preise immer irgendwie anpassen und es gibt eine fairer Balance, aber das passiert in der Marktwirtschaft. Und am Ende kommt eine Win-Win-Win-Situation dabei raus, wo alle profitieren, der Aktionär, der Arbeitnehmer, der Grunde, der Lieferant. Nein, es nutzt den Restaurants, sie haben ein Zusatzgeschäft, sie haben ein Zusatzgeschäft, es nutzt den, der zu Hause sich bedienen lassen kann, weil er keinen Bock hat, vor die Tür zu gehen. Es nutzt den Fahrer, der einen Shop bekommt und es nutzt den Unternehmen. Und das ist dann die optimistische Sicht der Welt. Und in diesem Fall bin ich sehr optimistisch, dass Delivery Hero zulegen wird. Soll ich jetzt sagen, Preis, sag mal. Nein, ich meine, ja, kommen wir jetzt von 39 Euro. Gestern haben wir, als wir vorbesprochen haben, haben wir gesagt, wir machen 50 als Wettziel. Und jetzt hast du ja auf 2 Euro Gewinn gemacht, gewettet. Das wäre jetzt halt ein bisschen gut. Lege ich nochmal das drauf, lege ich nochmal 10 Prozent drauf und sage, bis zum Jahresende 55 Euro. Da werde ich dagegen. Da werde ich dagegen. Und wenn du dagegen wettest, dann, ja, und ich natürlich habe die Aktie nicht gekauft, dass sie nur 55 Euro macht, sondern ich denke, dass die mittelfristig dann auch wieder über 100 Euro gehen kann. Das wird jetzt kein Verzehnfacher sein von dem Niveau aus, aber Verdoppler dürfte da schon drin sein, finde ich, auf Sicht von 12 bis 24 Monaten. Das wäre jetzt so mein Ziel. Gut. Gut. Jo. Haben wir doch jetzt. Na, haben wir die Welt umrundet mit Fahrrädern. Haben wir noch ein paar Minuten? Ja, eigentlich nur noch zwei. Oh, zwei. Dann müssen wir jetzt aber hier wirklich. Ja. Wir haben aber eigentlich auch alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir haben alles gesagt. Zahlen gibt es morgen von, wie hieß deine Sola Edge? Sola Edge. Sola Edge, nicht verpassen, könnt ihr hören, dann wisst ihr, was Sola Edge zu zahlen. Und auch sonst. Auch sonst. Seid ihr immer gut informiert. Und wenn ihr Frauen seid, sagt der Tschäpitz, hat euch hier einen Bullen heute gegeben, dann bringt man noch mehr Frauen rein. Es muss hier wirklich mal aufwärts gehen. Und wir haben auch noch keine Einladung aus Österreich bekommen. Hast du schon eine gekriegt? In irgendeinem österreichischen Podcast, damit wir da mal die Hörerinnen und Hörer irgendwie die Hörerzahl mal nach oben bringen? Die herrscht. Ja? Es geht nicht ganz so schnell bei uns in Österreich. Doch. Österreich. Die haben doch den Vorteil, wir würden das anpreisen aus einem größeren Land. Die haben einen Vorteil an wir. Das ist Win-Win. Aber gut. Ja. Wenn das so ist, dann sagen wir einfach Servus. Servus. Tschüss. Und ciao. Wir bleiben Bulle. Und Bär. Däffner. Und Tschäpitz.